Wohin will ich denn? Ich dachte, ich hätte alles gut benannt, aber es sieht doch nicht so aus. Nein, Erdäufel Orbit ist es nicht. Froggy ist jetzt natürlich keine Option mehr. Oh, 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 oh. Was ist das? Space Engineer ist abgestürzt. Ups. Was hast du darüber angestellt? Wahrscheinlich zu schnell zwischen den Medical Rooms gewechselt. Okay, aber für alle anderen, äh, für alle anderen, für alle, die im Stream schon sind, sag ich jetzt erstmal... Hallo. Das klingt vielleicht... Hallo und willkommen zurück zu unserer vierzehnten Runde im Super Engineers Adventures Kampagne. Wir sind auf dem Mars, insofern ich denn dahin komme. Hier fällt gerade auf, dass hier immer noch nichts zu sehen ist. Hier war es vielleicht... Das Spiel betreten, da heißt es. Komm, nun zeigt dich. Frühere Übertragung, Feed. Ich hätte doch jetzt Sigma kontrolliert, ob es läuft. Streaming läuft. Mikrofon und Audio Mix sollte auch gut sein. Die entsprechen dem, was ich die ganze Zeit für die Aufnahme benutzt habe. Ich muss dann nur jedes Mal in... Wenn ich die Videos schneide, den Ton nochmal ums Zehnfache erhöhen, weil es so leise ist insgesamt. Initializing Super Engineers Adventures Bild 1 Lustig, die Batterie vom Grashüpfer ist ja komplett leer. Es läuft... Ich habe ein Bild. Das ist natürlich ungeschickt. Und ich frage mich wieso, weil das kann eigentlich gar nicht sein. Der wurde ja so gut wie nicht bewegt und das ist irgendwie sehr merkwürdig. Eigentlich dürfte das nicht leer sein. Ich bin im Spiel... Ich bin wieder abgestürzt. Ich war schon im Spiel? Ja. Ja, ich sehe es gerade. Bei dir auch? Nein, nein. Aber... Hm. Komisch. Warum das bei dir ist da so rumzickt? Jetzt fehlen noch zehn Reaktoren. Hm. Das ist natürlich ungünstig beim Thema Streaming. Jetzt sehe ich was gut, dass ich... Oh, cool. Schön auf mich. Das Video diesmal bei dem... Warte mal. Ich habe noch ein Haufen anderes Zeug offen. Ich mache erstmal das andere Zeug alles zu. So. Vielleicht beeinflusst das das negativ. Vielleicht beeinflusst das das negativ. Ja, Discord muss ich laufen lassen. Okay. Okay. Sting. Freunde. Spiel betreten. Ist noch etwas, was ich abschalten kann? Ne, nicht wirklich. Ich habe jetzt unbedingt noch eine Aufnahme reingedrückt für Project Cars, weil ich keine Ahnung habe, ob die Lenkrateinstellung sauber gespeichert wird und beim nächsten Mal wieder da ist. Ja. Werden wir dann sehen. Beziehungsweise du. Ich kann nur hoffen. Ich meine, bei Let's Base geht es ja noch mehr und erst zwei Stunden Konfigurieren muss, bevor man was aufnimmt. Aber beim Livestream, das ist echt fatal. So. So, da werkt man aus Peile. So, jetzt bin ich in Medical Room 8 eingestellt. Er ist auf Streaming. Er kommt. Langsam. Ja. Streaming ist aus. Dann kann ich mal auf respawn gehen. Ich bin respawned. Das war ich aber auch vorhin schon. Dann habe ich mich bewegt. Und es lebt noch. So. Das allererste, was ich hier machen wollte, war den Medical Room umbenennen. Mars Main. So. Ähm. Ich war zuletzt damit beschäftigt, den, ähm, Gabriel herzustellen. Der Gabriel ist hergestellt. Und ich war gerade dabei, die V-Bild zu reparieren. Und ich war gerade dabei, die V-Bild zu reparieren. Da ist er. Da ist er. Der hängt natürlich jetzt schön sauber am Ladegerät. Da muss aber, glaube ich, auch noch ein bisschen aufladen. Ich überlege gerade, ich habe ja den kleinen Grashüpfer AK Engel. Aber der hat nur eine Batterie. Und die ist leer. Hm? Vom Engel? Hast du schon geschaut? Achso, nein, nein, vom Grashüpfer. Achso, du hast den Engel gemeint. Ja, die Idee war, dass ich den Engel vielleicht an, an den Grashüpfer packe, äh, um, ähm, äh, sozusagen Überbrückungs, äh, Dings zu geben, ja. So, die Batterien sind an. Die Triebwerke sind natürlich aus, wie sie es gehört. Na ja, ich meine, spätestens wenn es Tag wird, kriegt er ja wieder Energie. Verstanden, nur gerade fest. Der ist ziemlich schwer. Warum ist denn der so schwer? Inventory? Nix im Inventory. Ähm. Wo ist er denn? Ja, krass. Ja, ich sehe. Bei der Froggy. Ja, war gut versteckt hinter der Froggy. Hat der ja schon, hat der ein Ding, sauber, ähm, wie sie es gehört? Ein, ähm, Verbinder? Weil Zeit lang hat er ja gefehlt. Ähm, Moment. Ich guck grad mal rum. Ich glaub, wenn dann ist er hinten. Nee. Der hat glaub ich keinen. Ach, dann hat's doch. Stimmt, der war ja auch beschädigt. Okay, dann lande ich erstmal vorne. Der Verbinder war doch irgendwo an der Seite, meine ich. Vorne war der. Der war doch, warte mal. Der war doch hier vorne an dem, an dem einen Container war der doch dran, ne? Ja. Pass mal auf. Kann den ja auch schnell dran bauen. Locked. Links draus. Ja, da fehlt ja auch der Container als solches. Ja, da fehlt einiges. Was? War der direkt da dran oder war da noch ein Container vorne dran? Da war noch ein Container vorne dran, ja. Ja, genau. Ja. Dann. Große Container. Du musst den Ding dann selbst andocken. Ich muss wieder zurück, Aldi, weil ich noch nicht mehr Werkzeug einstecken. Ja, ich mach das schon. Wenn ich denn da. Aussetzen. Mal kurz wegnehmen. Ja, der Nerv. Ja. So, ich überlege gerade das Erste, was ich tun wollte, war einen großen Ohrdetektor unten an der Station anbringen. Jetzt, ich hab doch welche drin, dieser Scheiß hat nicht. Ah, ne, doch nicht. Alles klar. Jetzt bin ich, wo die beste Position dafür ist. Alles breit. Der Bildschirm-Element. Wie sehe ich eigentlich gerade aus? Ich glaub, hier immer noch ein Mittelalter anzugern. Gutes Gewehr. Auf. Oh, schön. So, dann gehen wir die mal an. Confirm. Confirm. Prisalplatten. Ja, das ist bei Interior Plates. Das sollte eigentlich ausweichen. Oh, komm schon. So, dann hab ich für einen wichtigen Advents. Das müsste auf jeden Fall gehen. Oh, verkehrt rum. Hat er den schon wieder umgedreht? Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Ich kenn das. Nur zu gut. Immer vergesse ich dieses automatische, die automatische Blockdrehung auszuschalten, ey. Und dann pfuscht sie dazwischen. So. Jetzt aber aus damit. Jetzt. Oh komm, ich kann hier noch ein bisschen weiter hin. Ach. Unter Block? Genau. Also perfekt. Boah, und jetzt haben wir noch 25 Detector Components. Was hab ich denn da eingesteckt? Radio Communication Components wahrscheinlich. Ich komm. Ja. Und jetzt der Dock dort. Ja. Ja. Tatsächlich. Ähm. So. 25. So. Ja. Nur Docken kann man da dran jetzt nicht, weil ohne Energie funktioniert das aber das macht nicht. Nur die Energie müsste reichen vom, äh, vom anderen aus. Ja. Das hilft nichts. Beide Parteien müssen Energie haben, um Docken zu können. So. Das macht nichts. Ich werde eine Notfallbatterie anbauen. So eine kleine. Haben wir keine Antenne. Das ist echt viel. Und damit habe ich Startenergie. Wir haben sogar zwei Antennen. Sind die nicht, die sind auch repariert, wie sie aussehen, oder? So. Jetzt kann man docken. Das hätte ich ja nicht mit meinem Thron machen können. Na ja. Wieso wird mir kein Ohr angezeigt? Ähm. Hi. Webbase. Das ist mein eigenes Aus. Comps. MedVets. Militärer Elite Corporation. Müsste hier irgendwo grad in der Nähe sein. Okay. Soll uns nicht mehr zerstören. Show Antenna Range. So. Boah. So. Mach mal. Im Prinzip ist ja nirgends ein Unterbruch oder irgendwas. Wieso kann ich dann... So. Sind die Antennen vielleicht aus? Ähm. Also ich sehe... Ich sehe zumindest ein Antennensignal. SUT District Headquarters. Jetzt sehe ich zwei Antennensignale. Und solltest du drei sehen können? Oben sehe ich auch noch, ja. Oben sehe ich zwei Stück, diese dekorativen. Jetzt sehe ich auch Erze. So. So. Das war das Problem. Was du gesehen hast, war nur der Beacon. Der Beacon leitet das nicht. Ach ja, stimmt. Der Beacon, genau. So. Jetzt kann man das wieder weg holen. So. Dann kann ich hier auf meine schöne Übersicht LCD schauen. Ich glaube, ich brauche noch eins. Noch ein LCD. Wollte ich jetzt machen. Also das ist wieder dran. Wo war ich denn jetzt still? Ach ja, stimmt. Da drin. So. Dann mache ich das. Oh. Das wäre ein Bulletproof-Class nicht. Okay. Dann. Brauchen wir noch hier den Elektronische Block. So. Und steif. Jetzt muss ich schauen. Ähm. Wie heißt der Skript nochmal? Ja, ich finde nicht mehr raus. Das ist dann ein Seminary. Wo das ist. Ich habe mich verirrt. Ich bin nicht mehr raus. Da ist noch ein Reaktor dran. Da ist noch ein Reaktor. Alles klar. Hm. Das steht da nirgends. Hier ist der Guide. Okay. Dann. Gerade rauskopieren. Aber es muss irgendwas anderes gewesen sein. In dem Fall, das bei mir lief. Unsere VLC hatte ich laufen. Dann das. Warte mal. Ich muss den LCD nur LCD nennen. Die. Ich hab das nicht mehr. Dann. Lcd. 2. Lcd. Und jetzt. Warte mal. Warte mal. Lcd. Warte mal. Oh. Warte mal. Das funktioniert wieder. Das sagt mal Lcd an. Aber. Warte mal. das war nicht was ich dachte das ist ja das ist das ich dachte das ist also weg mit der Beschriftung und Debug ist in Ordnung Show Text on Screen und jetzt in den Custom Data ist das nicht ohr? ich dachte das wäre ohr ah muss ich sagen Inventory R ja das ist gut Inventory R jetzt ungefähr 10 Sekunden warten weil ich den Dings nicht schneller eingestellt hatte oh da klingt aber ganz schön schnell jetzt hier Awesome Mary und im Awesome Mary sehe ich es fehlt uns nicht an Nickel und nicht an Uran aber an allem anderen so hatte ich da nicht irgendwo dann noch das war nicht aufgepasst wo war es denn noch? Silber Gold Silikon Magnesium ich denke was wir wirklich am meisten bräuchten hier ist der hier ist der Amazon mehrere Kobalt aber ich dachte ich hätte Kobalt auch irgendwo gesehen ich geh mal in unseren Tunnel da geht's rein also hier ist Nickel und davon haben wir auch so viel weil du wahrscheinlich da schon fleißig warst hier hoch hier hoch 9 8 das ist Gold dann ist Gold dann noch ein Reaktor drüber da muss mir doch auch einer sagen so hier ist das Ural was hier ist Oh Mann, ich bin ja auch super fähig, renne los um mich nach Erzen umzuschauen und habe keinen Bohrer dabei. So, ich wollte ja gucken. Ich denke, nach ein paar Flaschen muss ich auch schon mal ausschauen. Guckst du auch zu Monitoringzwecken? Du meinst zum Stream? Warte mal. Ne, du musst nicht. Das war nur eine Frage. Ja, ich mach. Ähm. So. Kann man nicht schaden, ne? Ich hasse diese Werbung. Welche? Wie hast du denn bekommen? Ich krieg den gleichen Föhn. Ach, hier sind die gleichen. Also die Werbung funktioniert schon mal. Yay. Bohrer. Ach, immer diese verdammten, verdammten Streams, die die Werbung unterbrechen. Ne, 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 ne. Also es scheint zu funktionieren. Also es scheint zu funktionieren. Sehr schön. Schließung. Ist das da meiner? Ne. So, jetzt bin ich im Spiel. Hoffentlich. Oh, jetzt war... War gerade ziemlich laues Maus. Schlechtes Netz. Wollte ich den jetzt gerade gucken. Ich hatte die Rohre vergessen. Ja, das ist mein Tunnel. Ach ja, klar. Natürlich ein großes. Sonst wäre ein kurzer Anschlag. Auch nicht. Naja. Na ja. Ja, also. Hier haben wir jede Menge Silikon. Wieder Nickel. Ich dachte, ich hätte irgendwo Kobalt gesehen. Ich meine auch hier wäre irgendwo Kobalt gewesen. Werkt heute nicht bauen wollte? Na, zwischendurch. Vielleicht unten in der Höhle irgendwo? Gute Frage. Ach, da ist er ja. Nix blaues hier. Nix blaues hier. Ach, da ist er noch gar nicht. Nix blaues hier. Ach, da ist er noch gar nicht. Kann ich auf den, wenn da nix... Kann ich auf den, wenn da nix... Hilf nix, ich muss mich da nochmal rausschweißen. Ah, den wollte ich noch gar nicht bauen. Kann ich mich hier drin nicht mal bewegen. Das nächste Mal, wenn sowas ansteht, repariere ich erst die Innereien und dann die Höhle statt umgekehrt. So. Welches brauche ich? Das brauche ich, das nehmen wir mal mit. Können wir es sicher auch noch brauchen. Ich will mehr. Ich will mehr. Was mir bei der Gelegenheit einfällt, jetzt ist der Dings bei dir vorne, der Engel. Aber der Engel, dem fehlt noch ein Triebwerk. Du kannst den Engel auch ruhig wieder abholen. Ähm, notfalls hänge ich meinen Thron dran. Aber der hat jetzt ein bisschen Energie sich gezogen, so ist es nicht. Und so kannst du den Engel ruhig holen, wenn du ihn brauchst oder ihn reparieren willst. Ich stelle fest, dass der Zustand unseres Fuhrparks zu wünschen übrig lässt. Was fehlt denn jetzt wieder? Ah, Motoren! Ah! Einmal mit Profis arbeiten. Na? Ah! Hey, cool. Von unten kommt man ja auch dran. Ah! Ah! Komplett Oxygen Channel. Also die Konstruktion vom Grasshopper gefällt mir immer mehr. Kannst du von mir das aufladen? Ja, kann ich. Ja, auch wieder heil. Hier steht es um die Batterie. Vollgeladen. Jetzt muss ich ja mal gucken. Ich würde sagen, es muss nur noch Tag werden, dann kann ich Gabriel eigentlich direkt nutzen, um unterwegs was zu suchen. Das zeigt mal hin, ja alles an, Inventory an. Brauche ich noch Motoren? Ach, die Folge. Ja. So. So eine tolle verteidigungsbereite Basis. Und das greift uns keiner an. Ja, genau. Sauerei, oder? Das lässt sich ändern, ich verkleid mich mal schnell als Pirat. So. Oben steht noch ein Büro. Vollein muss stehen. So. 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 Gabriel im Weg. So. So steht er da. Dann brauchen wir nämlich eine Detektorkomponente. Wahrscheinlich ein Traumotor mehr, dann sollte sowas schon gleichen. So, und wo kommt jetzt dann kommt er erstmal wieder ins Ladegerät nur noch Platz für 19 der ist ja vollgeladen und da haben wir kein Problem in 7 an mal noch Nein, ich bin immer noch zu nahe jetzt kann ich es anschalten und dann kann ich Gabriel hier drüben parken da komm ich nicht mehr durch Locked, sehr schön Dann die Werke aus, Batterien aus, raus Dann kann ich den Schlitten zurückfahren Dann ist der hier auch nicht mehr im Weg Machst du irgendwas mit der Basis? Nein Weil damit die Antennensignale von dem Erz immer an und aus gehen Ah, vielleicht bist du ziemlich genau am Rand Liegt mal zur Basis, ich muss eh aufladen Aber es ist immer noch so, jetzt bin ich direkt an der Basis und die Signale gehen an und aus Aber nur die Erzsignale, die Antennensignale sind stabil Das ist sehr merkwürdig Hm, vielleicht sollte ich mir mal die Dings anschauen, die Patchnodes vom letzten Update Wer weiß, was wir da wieder gedreht haben Das sind definitiv ein paar Sachen Sätze Äh, ich muss mich da schon warten Das wären L-Daten Schuss Aufladungs Oh Wir haben drei Wir haben mal wieder kein Eis Oh Da Hm Da A2 A2 ICO A2 A2 und dann wird bei R2 auch noch die Steuerhuhr aus und die beiden Dreier nicht ganz so streng einschlagen jetzt müsste ich das Ganze auch wieder anständig benutzen da war so stark da war so stark es blinkt Gabriel, aber Gabriel blinkt gar nicht, das war direkt unter dem Gabriel 9 verbinden Feedback aus, Batterie aufladen an Ah Interessant Theorie testen Theorie getestet und dann wird das Ganze aus und dann wird das Ganze wieder an die die so richtig mein spielplatz habe ich auch selbst gebaut das wird teuer das wird das ist nicht fertig heute dieser konnte war doch bestimmt jetzt wird was was soll das tun das ist jetzt nicht wahr oder was die batterie von krass hüpfer ist schon wieder leer und weißt du was der witz ist bevor du den engel abgeholt hast ich habe nachgeguckt war die batterie ein drittel voll das heißt er hat jetzt innerhalb von ein paar minuten die ganze batterie leer gesaugt und das obwohl ich die haupt energie verbraucher abgeschaltet hatte den großen ohr detektor auch ach so ne wie viel braucht denn der muss ich mal nachgucken wieviel er braucht ich hänge da gleich meinen thron dran aber das hat mich jetzt echt irritiert da steht gar nicht dran wieviel energie der braucht ich schalte ihn trotzdem mal aus und dann hänge ich mal meinen thron dran mal gucken mal gucken ich hab ja zwei batterien dran damit sollte ich schon was an kann und ein zweiter nach rechts oder laut übersprünglichem plan glaube ich hatte den ne die waren alle verbunden ok ach so halt ich kann jetzt gar nicht docken weil keine energie so und dann ist noch eine notfall batterie dran hopp wo haben wir sie denn ach ich hab sie sogar noch dran eine kleine batterie jetzt habe ich natürlich das material dafür nicht dabei du hast mit rampen gearbeitet ja du meinst das beim frocki ja ich habe das ein bisschen aufgehübscht ich habe die gelegenheit gleich genutzt und habe es noch ein bisschen aufgehübscht so kommt doch die berge aus so und jetzt stelle ich die batterie warte mal ich lasse die jetzt vorsichtalber mal dran hier stelle die aber auf aufladen fehlt eine braucht die eh nicht aber für Notfälle ist die vielleicht gar nicht schlecht dafür ist sie ja auch gedacht jetzt wollte ich mal gucken was brauche ich denn noch war doch die zellen jedenfalls auch noch nicht ja das passt gut ich glaube so bald das tageslicht ist ist der engel dann auch wieder aufgeladen und ich kann damit auch als suchtour gehen und bis es vollständig aufgegangen ist werde ich mal kurz in den rauchen gehen mach das das passt zeitlich ziemlich gut oh und einen Kaffee aussetzen ich brauche noch ein bisschen Kaffee da habe ich jetzt ich hasse es ich hasse es Spannung das wird auch schon das wird auch schon fast wieder hell das sieht aber immer nix das ist das war das war das war so ja 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 und deswegen schickt er mich jetzt mal mal zurück um die Sonne geht auch und hier haben wir einfach mal gerade noch von Föhn Sonnenuntergang das zusammen ja aber der Rechner ist die warm sein oder ja wenn wir schon hier sind dann nehmen wir vielleicht noch ja das damit freigeladen sehr schön ja was ist man sollte nicht mit dem Jetpack im Innern eines Schiffes rumfliegen das man gerade zusammenbaut ja hast du was kaputt gemacht ne ja außer meiner Helmscheibe vielleicht so was für eine Frage wann hab ich schon mal was kaputt gemacht ja wie gesagt ich denke nicht dass das mit dem Froggy irgendwas mit dir zu tun hatte ja nicht der Bruchpilot ja so wir haben da schon den ersten Flecken der große Frachtcontainer noch und dann das Schiff so gut wie neu ja aha da stehe Bausatz für kleine Rohr Boah viel mehr komme ich nicht zeigt nichts an ein kleines Fliegel hat aber eine Antenne und der Ordetektor ist an ja ob sie jetzt manuell eine Probebohrung machen sag nicht dass wir heute wieder Buggy Tag haben ne mit Bugs hat das nichts zu tun ich höre dich nebenher beten das Eis hier hat Eis leicht zugänglich im Berg oh cool das ist doch alles mal das ist doch alles mal das ist doch alles mal ja Eis ich mach mal gleich ein TPS Eis Eis in der Nähe klar so damit müsste ich jetzt ein das im Leben fertigstellen Juhu so jetzt noch aussätze kleine Rohre und unerlebtes da der nächste Fleck ist da drüben hab ich auch schon bereich Ach, Motoren Ok, reicht noch schön Gold Gold haben wir genug. So, was haben wir denn jetzt? Da noch was freigelassen. Anseite spicken. Ich flammte mal jetzt wieder Eis, denn hier wird mir nichts angezeigt. Bin doch nicht... Jetzt verstehe ich deine Frage erst. Welche? Die du vorhin gestellt hast mit der Ramp? Hä, was habe ich denn da gebaut? War ich betrunken oder was? Hä? Bin gerade komplett verwirrt. Also wir müssen definitiv nicht mehr runter da in dein Ding, so am Eis zu fahren. Die eine Seite habe ich falsch gebaut, verdammt nochmal. Na gut. Aber hier korrigieren ist nicht das Problem. Von da sind wir gekommen, oder? Müsste das der nächste sein? So. Hier habe ich... Oh. Magnesium und Silikon, das haben wir auch alles in der Station. So. Sachen gibt es hier gar nicht. Nein, geh weg. Oh oh. So. 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 einsatzbereit das einzige was jetzt noch fehlt ist unten die landstütze und was könnte das da unten sein hatte der vg unten auch ein dockport jana die traue ich mich jetzt erstmal nicht zu ersetzen weil die nämlich in den boden rein ragen aber prinzipiell kann das ding wieder fliegen und sobald einmal in der luft schwebt kann man den unteren teil auch dann heile machen das mache ich jetzt aber erst mal nicht im moment steht er ganz gut und kobalt so jetzt werde ich erst mal meinen thron ja genau dann kann ich zur basis zurückkehren hat alles gefunden was wir brauchen das bräuchte ich mehr oder weniger aber ich werde mich jetzt gleich mit meinem thron wieder nach unten in meine höhle begeben was willst du denn in der höhle was willst du denn in der höhle weiterbauen wir brauchen die höhle nicht mehr waren tonnenweise eis hier oben da unten steht aber noch ein großer reaktor steht nicht unten da steht oben in der höhle ja mancher so die förderleitung zu dem eis runter die will ich trotzdem bauen und vergiss nicht dass wir so langsam kaum noch betoren haben unsere zeugst dass wir dafür brauchen das verbräht elends viele ressourcen die bin ich ja wir haben unendlich viele ressourcen überall um uns rum zum ressourcen so nur dass wir sie dann halt manuell wiederholen müssen das macht hier hey wir können auch bohrer bedienen so auf jeden fall zumindest von den großen reaktor den will ich mal wieder herrichten da fehlt glaube ich auch nicht viel von also heißt es sobald links wieder aufgeladen ist grassipfer ist da wieder einsatzbereit heute er weil eigentlich mehr als ein bohrschiff brauche ich den transport nö der grassipfer sollte in ordnung sein die container habe ich ja wieder dran oben kriegt er auch wieder da jetzt arg ist so das ist das ist auf die wir zu steuern als nächstes das ist auch hat noch ja 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 vielleicht hätte ich doch ein büro weniger nehmen sollen ja 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 wir müssen ja 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 wenn man sie braucht ja 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 ich musste doch noch mal ein bisschen größer machen was man nicht so alles findet denkt das soll ich muss mal das loch größer machen wo mich da durch und was findet eine batterie so mal eine kleine batterie wir werden spaß miteinander haben ja ich so nicht da war vorher bestimmt mal eine lampe drunter also irgendwas stimmt hier massiv nicht ah ich glaube die batterie ist aus ganz gut durchkommen das war es mal nicht ja war irgendwas stimmt ja nicht der krass bewegt sich keinen meter ach so steht die batterie noch auf auf und die triebwerke sind angeblich an wo sind die triebwerke welche triebwerke welche triebwerke ach so hinarten alle da ich schwöre ich hab nichts angefasst ich war es nicht wir haben wir haben Bewegung haben wir auf Steuerung wir haben keine Steuerung wir haben Bewegung ohne Steuerung das ist nicht gut Bewegung ohne Steuerung ist nicht gut macht bloß keinen Unsinn macht bloß keinen Unsinn macht bloß keinen Unsinn das machen wir mal ein damit wäre dieses Minigrid auch beseitigt Apropos Minigrid wie schaut's mit deiner Ding aus mit deiner Performance im Spiel ziemlich schlecht aber das liegt eher an meiner Verbindung denke ich die scheint aktuell nicht die beste zu sein ich lebe auch angeblich nicht von der Batterie warum ist mein Thron jetzt umgekippt obwohl er eigentlich hätte ne er war doch nicht angedockt alles klar na gut soll er halt liegen erstmal mein Thron hält ein Schläfchen wie weit geht denn das in die Wand das geht ja ewig in die Wand rein Current Input Zero Watt Current Output Zero Watt Start Power Zero Watt na super klingt gut ne Recharge Recharge Next Recharge trotz drei großer im besten Winkel zur Sonne stehender Solar Panels das ist jetzt nicht wahr oder das heißt also du willst mir hier damit sagen dass die Solar Panels nicht funktionieren ja ne ich glaube nicht die Solar Panels sind das Problem sondern die Batterien ich glaube die Batterie hängt nicht mehr richtig dran ja ich sag ja das war sowieso komisch dass die leer war wo wir angefangen haben zu spielen beziehungsweise dass die angeblich leer war konnte eigentlich nicht sein alles kein Problem ich baue einfach ein paar neue hauen wir auch mal weg da ha wie zum geier haben die das gemacht mit einem Gold vorkommen ne Batterie rein zu bauen oder ist das überhaupt ne Batterie ja die beste Stelle dafür finden ja das ist ne Batterie die gefällt mir nämlich gar nicht oh ne große sogar das kommt mir jetzt sehr ungelegen ich muss jetzt erstmal meinen Thron wieder aufrichten sonst wird auch nichts also man sieht nichts also man sieht nichts jetzt jetzt sonst komme ich nicht an die Ladeschleuse ran so ich bin mal Huch wieso steht hier noch mit Wochstein Ich hatte doch alles geändert. Und das, obwohl wir Sonntag haben. Da steht tatsächlich nur ein Dost. Also wirklich, Twitch kann manchmal so unzuverlässig sein. Ja, das geht nicht. Ah, der Fall ist geliebend. Ja, es geht nicht. Ach, da hattest du deinen Dings dran. Batteriekomponenten hab ich genug. Ha, die Ernauer hat gleich jemand zugeholt. Hallo. Hi. So, Batterie Nr. 2. Außen sind da ja nur drin. Platin. Seit wann gibt's auf Planeten Platin? Wieso warst du Platin gefunden? Hm. Hier in der Höhle? Nicht viel, aber immerhin. Ist mir grad begegnet, als ich hier die Mini-Grids aufgeräumt habe. 1,28k Platin hab ich jetzt im Sack. Und da ist noch mehr. Gehen wir doch gleich mal ein bisschen was mit. Ich fürchte, unser Grashüpfer ist komplett... Verpackt? Ja. Die Batterien laden nicht auf. Ja, das ist furchtbar. So. So. Sowas kann richtig nerven. So. So. Die Solarpanel, die fahren alle 120kW. Nehmen wir mal mit. Lauter Anzeiger. Und die Batterien. Machen wir hier rein. Bekommt davon gar nichts mit. So. 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 Ah Auto. Wo kann ich da ihm fliegen und abladen. Ach da h Yemen Bratschen ... Schm Schluss, Mann ... Ach, ok. Nicht fassen. Ich dachte mir, hay es gibt auf keinen planeten Platon. Oder war das nur auf erdmännlichen Planeten, dass es da kein Klabend gibt? Da kein Gladblatschen gibt. Hm, ich weiß es nicht. Lustigerweise, so viel ich schon da auf dem Mars war, es war immer in der Situation, wo ich nicht nach Außen rauschnOS Abraham rutschen musste. Wahhhhh ... Er, äh ... dass, äh ... das seltsamste ist, dass das Grid noch eindeutig verbunden ist und sollte ich hier nicht sehen können, dass sie noch... äh, wieviel Watt sie ziehen. Ach, die da, alles klar. Warte mal, dieses kleine Teil. Hast du die Fabrik hier fertig gebaut? Das gehört gar nicht uns? Hä? Du hast was an mein Grid gebaut. Ach, hast du die Fabrik da fertig gebaut? Ich hab deine Fabrik fertig gebaut, aber das ist jetzt gerade nicht meine Hauptfrage. Ja ne, weil ich hatte keinen Zugriff drauf und hab gedacht wir hätten vergessen die zu übernehmen. Jetzt hab ich sie übernommen. Aber wem gehört die jetzt? Ja gut, jetzt gehör zu mir aber auch wieder fraktion geteilt. Okay, dann passt das ja. Simplus Text. Oh! Die Namensgebung der Simplus Text. Okay, so... Okay, so... Okay, so... Okay, so... Sorgen. Hilft nix, das Ding ist total im Eimer. Du meinst verschrotten und neu bauen? Ja. Ärgerlich. Und er hat zwei. Und er hat zwei. Und er hat zwei. Und er hat zwei. Ich sag mal L2. Das war L2. L2. Und man merkt, dass wir Tag haben. man sieht auf dem Grunde den Eis ich hatte doch hier kein Eis drin der war schon richtig das ist Edson nach oben L1 R1 die Flaschen aufladen R3 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 R4 R3 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 R4 den ich hineingebracht habe zurück, weil ich Sauerstoff bruche. Reicht das schon? Natürlich nicht. Oh, was war das? Ein kleines Stück umladen. Die Solarzellen entschwingen. Dann fangen wir an. 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 Jetzt fangen wir an. ich habe einen block abgerissen der direkt unter mir war ich habe einen abgerissen ich habe einen abgerissen 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nur ganz kurz, aber ich glaube, ich habe es gesehen. Und wieder zurück. Mit einem großen Ärzte-Dekker. Irgendwie hast du heute ein bisschen mit Problemen zu kämpfen, könnte es sein. Was ist das Interessante? Hier in der Höhle gibt es jede Menge Platin. Das ist doch noch gut. Das tut mir raus. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Planvoll, sagte ich, nicht fallvoll. also anscheinend anscheinend haben die triebwerke sämtlichen strom gefressen die triebwerke ja gut das ist natürlich möglich du hast ja einige da dran gesetzt und nur eine batterie das zieht natürlich dann was zu trinken holen ich bring dir eine cox mit es sei der gedankt ist so dass es sogar durch die leitung passt weil einfach nichts dran ist aber ich glaube du wenn es an der zeit ist mal das zimmer aufzuräumen wenn ich einen bagger brauche um in die küche zu kommen man nennt mich nicht umsonst den maulwurf du wolltest aber gerade irgendwas sagen ja das ding hat nur acht triebwerke nur ist gut ich habe fast keine energie so weiter geht's man sollte den künstlichen horizont nie außer acht lassen wenn man sich in der luft befindet dann geht's ich habe ich habe es ich habe ich habe es ich habe es Und wer hat der evakuiert? Der Frechtax fährt hier immer noch Geschwindigkeiten, als ob er ein Flugzeug wäre. Ich falle! Oh, ich bin gestorben. Was zum Geier war das? Vermutlich die Folge von... Ah, ich falle? Ne, ne, ich hatte das Triebwerk an. Aber ich glaube mir ist irgendwas auf den Kopf gefallen. Mars, Lande, Platz... Ah, zwei? Ne, das ist doch falsche, glaube ich. Ist keine Antenne mehr da dran. Da ist keine Antenne mehr dran. Was ist da? Alles kaputt an dem Ding. Doch, da ist eine Antenne da dran. Muss ich aber schauen, dass ich schnell zurückkomme da. Ach, Dämpflasbau. Nicht zu meiner Leiche. Der Akkuball wird mir angezeigt. Irgendwie spinnt das halt eh ein bisschen, wie gesagt, die Erzsymbole von der Station aus, wo dort erfasst werden, die gehen dann auch dauernd an und wieder aus. Puh. Hattest man das bis Co belt erreicht. Das Zeug mal wieder, dann auch zurück, also ich gucke unten, schimpfen, da auch nicht. So, wieso hab ich denn jetzt alles dabei, dass ich hier so viel... Verdammt, ich will meine Flex wieder haben. Ach so, die Bauteile vom Flieger... äh, von... von den Drehwerken. Das geht los. Egal, ich kann jetzt hier nichts suchen, sonst hab ich keinen Spruch mehr. Ich bohren nach oben und der macht hier ein sauberes Loch. Da hab ich die ganze Zeit gekniet hab. Ich sehe, dass du am Bohren bist. Bei mir steht immer dann, wenn du was aufsammelst, beim Ore-Collecting-Collecting. Das ist lustig, dass man das sieht, bevor man selber gar nicht bohrt. Mist. Blöd gelaufen. Ähm... Muss ich halt erst mal da am Flex arbeiten. Ja. 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 Ah, das ist doch abgeschaltet. Ja. Jetzt... Das goren anpassen. Was ist denn noch alles abgeschaltet? Damit das nicht geht! Wie bitte? Was ist denn alles abgeschaltet? Damit das nicht mehr geht! ich hatte nutzen elektronische block und die antenne abgeschaltet mehr nicht dass die antenne ich dachte das hast du nachguckt sonst hätte ich das früher schon gesagt vom elektronische block ein sauerstoff und wasserstoff ins cockpit obwohl eis drin ist auch 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 Oh nein, das ist der Feuer. Ah, das ist der Feuer. Ah, das ist der Feuer. machen, wenn dabei ist, dann z. Ich glaube ich nehme zwei Wasserflaschen mit runter. Gehörn zu spammen, gehörn zu spammen, gehörn zu spammen. Oh, ich muss die noch brauchen. 1.5 noch mal 2.5 noch mal 2.5 noch mal noch mal noch mal 4.5 Wann reiche mir eine Flex? So baust du jetzt. Ist ja nicht angeschlossen. Eisen. Wird doch was ganz was du willst. Oh. Wo hat er jetzt meine Flex reingepackt, der blöde Hund? Oh, warte. Oh. 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 Ah, da ist sie ja. Oh. 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 Ganz schön. Oh. Ab nach unten. Und das Sauerstofftank ist auch aufgefüllt. Und hier zeigt das noch an. Ah, ich glaube, ich habe es. Du hast den Sauerstofftank ausgeschaltet. Geht das überhaupt? Ähm, nee, den habe ich nicht ausgeschaltet. Ich meine, man kann die ausschalten, klar. Aber den habe ich nicht ausgeschaltet. Stimmt. Und er ist noch nicht ausgeschaltet. Stockpile war auch aus. Aber es wird mir rot angezeigt. Jetzt nicht mehr. Nachdem ich ein Showblock in Terminal on und off geschaltet habe. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, jetzt hat er mir alles aufgefüllt. Es könnte sein, dass er das für eine Flasche ausgemacht hat. Ja, und dann machen wir hier weiter. Warte mal, ist jetzt mal ein bisschen ausgemacht, glaube ich. Nein, lasst er mich nicht dran. Ah, erwischt. So ein Mist. Ach, Fall halt. viel viel Gummiband 4.000 Kubikmeter hoch greift einfach nicht aus 4.000 Kubikmeter das entspricht einem Fassungsvermögen von 4.000 Litern also wenn das einer so schleppen kann viel Spaß ne Quatsch 4.000.000 hier dachten wir sogar schwere Panzerungen haben die da oben verbaut sind die wahnsinnig wir haben doch was ist das für ein Loch da oben da will ich mal gucken wo das hinführt hast du den Tunnel gegraben? welchen? ich habe in dieser Höhle wo der Reaktor drin ist an der Aufhängung oben den Tunnel entdeckt der nach oben führt aber das können wir das erste mal rein ja ist das da ah jetzt erinnere ich mich wieder jetzt wo ich hier runter falle hieso habe ich so viel Stein ich das ist nicht normal ich bohr am wirklich hundertprozentig Kobalt Blau und Blau und kriegst Steine raus ja oh da fallen vier große und zerblöcke runter ich will hinterher ich will sehen was das für eine Welle gibt eine wo sind die Blöcke geblieben oh verschwinden die nach einer Weile wenn die fallen und man geht denen nicht in Teuer das war jetzt aber langweilig das Loch hätte ich gern gesehen dass die hauen aber wenn ich schon bin nämlich Eis mit hoch ja ich würde gern Eis mitnehmen wenn der mal bohren würde mach auch mal hinne hier so irgendwie ist das Spiel heute sehr zügig auch bei mir 55 Tonnen Kobalt ich denke das reicht oder ja ich denke auch also er hat zügig irgendwie ist das Spiel heute sehr zügig bei mir auch er hier rein ja ah jetzt weiß ich was da vorhin passiert ist die Batterien sind das ist leider all zu voll das ist die Verankerung komplett aus Schwerer auf anderen Bauern ja ich habe jetzt hier die Arbeit damit ich müsste es damit zurück schaffen wieviel Klatsch hat soy noch von meinem Thron hier klack es also mache ich vorne das Schweißgerät weg und mach dann schön Schleifmaschine, hin. Ne, war ich wegen der Achse. Ach, weil da noch drin war das. Wann reicht mir eine Schleifmaschine? Wieso war ich auf dem Herweg so schnell und so langsam? Also extrem langsam bin ich zwar nicht. Mit 20 Metern pro Sekunde, aber auf dem Herweg hätte ich noch 50 oder so was. Oh. Wollen wir mal was ausladen hier? Platzfarbe. Ja Regner, ich musste unser Hovercraft hier umbauen, so mit Buggy. Weil irgendwas total verbuggt war. Das ist schon in der letzten Folge einfach mal explodiert, also Teile davon. Wenn das Wortspiel, der Buggy ist verbuggt. Und weil ich jetzt Kobalt holen musste, was wir nicht in der Nähe von der Station haben. Und ich dringend ein Fahrer oder Flugzeug brauchte, dass es ein bisschen was transportieren kann, musste ich ihn jetzt halt schnell umbauen. Dann machen wir mal komplett leer. Mein Multifunktionsdroh und der hat was. Jetzt sehe ich dann so langsam nicht mehr genug. Jetzt sehe ich dann so langsam nicht mehr genug. Okay, das ist komfortabend. Ach, mach die. Meine Batterien haben kaum ladung halten, aber nur noch 5 Stunden. Jetzt braucht er dann wirklich wenig. So ein bisschen die Befürchtung, ich sehe nicht mehr genug und das Auto noch wirklich sicher zurückzubringen? Ja. Jetzt müsste man einen Bison haben. Könnte ich dich abschleppen. Ja. Und weißt du, warum wir keinen Bison haben? Warum? Weil du darauf bestanden hast. Eine Kette nach unten zu bauen. Deswegen kannst du doch einen Bison bauen. Nein, weil ich doch keine Rohstoffe dafür habe. So. Zack. Ich muss jetzt gerade durchgehen. Warten. Warten, das. Oh, das kommt runter. Ja. 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 Jetzt hält die Batterie noch 5 Stunden. Wasserlaut Anzeige. Jetzt gibt er plötzlich Gas, der spürt, dass es hier nach Hause geht. Dann muss es ganz schön schnell runtergehen. Wie du das sehen kannst, der Froggy ist repariert. Oh, jetzt fällt mir auf, ohne Triebberge bekomme ich den wahrscheinlich gar nicht so vernünftig angedockt. Okay. 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 So, die Bremse an. Ich halte Licht an. Jetzt ist er schon wieder klein. Was soll denn das? Was ist passiert? Okay. Okay. Was für eine unrühmliche. Zeitgeschichte für Piratenjäger, wie wir es sind. Unrühmlich, wieso? Ich glaube, dass wir von den Piraten leben. Oh, okay. Wir müssen uns unsere eigenen Ärzte holen. Ach ja. Das ist nur Tarnung, wenn die nächste Kontrolle kommt, weißt du. Was ist das? Ein Timerblock? Was muss man alles finden? Was muss man alles finden? Mal ein bisschen quälen. Pass mal auf, wenn ich jetzt hergehe und das Ding komplett freibohren müsste es eigentlich runterfallen. Und dann einfach zu zerlegen. So, rausgesetzt ist da noch was zu finden. Gleich rausfinden. Ähm. Weil ich fliege vorher lieber mal meinen Thron. Nicht, dass der sonst noch drauf bei diesem Experiment. So. Bald genug. So. Ne, du schaffst es da nicht so. Ach du liebe Zeit. Sag mal. Ja. Früher hat er doch immer, wenn du das Licht anhattest, in deinem Raumanzug? Hm? Früher hat er doch immer, wenn du das Licht in deinem Raumanzug anhattest, noch ein bisschen was durchs Cockpit gezeigt aus dem Fahrzeug, in dem du saß. Was? Normalerweise ja. Macht er grad nicht. Nicht mehr so? So fällt er jetzt nicht runter, da ist doch komplett freigelegt. Was soll das? Hallo? Du kannst doch hier nicht einfach unter Luft schweben bleiben, wenn ich ein Experiment machen will. Fall jetzt runter. Jetzt fällt. Er fällt. Er fällt. Er fällt. Scheiß, ich bin falsch rum. Geil hinterher. Auf geht es davon nicht mehr übrig geblieben. Kade. Na gut. Dann erübrigt sich das abreißen. Aber das wundert mich. Eigentlich habe ich mir von mehr versprochen. Oh, da hat es mir ein Loch in die Brücke gerissen. Und ich werde hier unten noch Licht brauchen. Aber Froggy ist angedockt. Ich habe mich schon gewundert, Froggy angedockt. Ja, die sind beide grün. So. Wundert mich, dass es nicht automatisch zieht. Das kommt mir rein. Und dann Sachen auch mal. Wie vorne? Wie vorne? Wie vorne? Wie hier? Wie hier? Wie hier? So. Und? Scheiße. Die Schrottentfernung war schneller als ich. Ah ne. Da liegen sie ja. So. Hier ist der Storage. So. Mit dem Auto, dem Auto auch der Storage. Dann kann ich die restlichen Sachen von Gras hüpfen oder auch noch. Ne, gut. Jetzt kann man mal konstruieren. Beziehungsweise, ich lasse mal da hoch meine Flaschen aufladen. Kann man jetzt alles mitnehmen. dann kann ich eine Flaschen aufladen. 3. 5. 5. 6. 7. Wieso war denn im Grashüpfer so viel Munition? Als die Froggy kaputt war, hat es doch den Inhalt von dem großen Container überall verstreut und da war ja auch jede Menge Munition drin. Ich habe ja den Grashüpfer zum Froggy gefahren, um den ganzen Kram aufsammeln zu können. Das heißt, in dem Grashüpfer sitzt eigentlich im Prinzip auch der ganze Kram drin, der vorher in dem großen Container von Froggy war. Jetzt nicht mehr. Ich muss gar bei mir aufmachen, Herr. Es wird zu warm bei mir im Zimmer. Gesundheit! Äh, Gesundheit. Danke. Und wo bleibt der Dritte? Du weißt doch, alle guten Dinge sind drei. Mach nicht. So, mal ein bisschen aufmachen hier. Hey, ich habe fast 25 Grad im Zimmer. Was soll das? Dabei ist es gar nicht so heiß heute. Das an mir liegt. Bin ich so ein heißer Typ. Auch mir sicherlich. Naja, zumindest heute wohl. Okay, meine Flaschen sind voll. Dann wollen wir mal weitermachen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben wieder was gedreht. Irgendwie verbraucht sich der Wasserstoff schneller als sonst. Vielleicht habe ich auch Paranoia und sollte mir einen Aluhut kaufen. Wie baue ich jetzt? Wie fange ich es jetzt an? Den Reaktor will ich hier drauf haben. Ey, warte mal. Ja, das machen wir anders. Das machen wir anders. Wie groß ist denn der Reaktor? 3x3 ist der, glaube ich. Reaktor. Ja. 3x3 ist der. Brauchen wir wahrscheinlich auch Eisen. Andererseits weigere ich mich regelrecht. Assemble 6. Production Assemble 6. Ähm. Ähm. Das ist Assemble. Nein, Assemble. Nein. Das ist Assemble. Da ist so viel Stahlplatten. Ans Erz zu gehen. Das heißt, hier macht das jetzt. Ach, falsch. Ich habe doch alles. Falsch. Brauche ich nicht. Koptron. Ah, wieder. Ah. So, als nächstes wird wohl etwas Silikon gebraucht. Nickel haben wir eigentlich genügend. So, das ist jetzt ein Reaktor. Ach, ich glaube, die haben noch etwas Kobalt gebraucht. Aber das ist jetzt da. Also noch ein Nickel für den Tor. Also noch ein Nickel für den Tor. Nickel sollte da sein. Construction Component. Kommt vom Eisen. Das würde ich auch vor der Zeit haben. Es scheint wirklich nur Silikon zu fehlen. noch mehr Stahlklappen, jetzt die Stahlruhe. Ja, da kommt natürlich noch Silikon. Also ich weiß ja nicht, wer immer uns für diesen großen Reaktor hinterlassen hat, der war sehr, sehr großzügig. Von den 2.000 benötigten Reaktorkomponenten waren 1999 drin. Also die letzte hätte er uns auch noch geben können. Oder was meinst du? Das ist ja nicht verlaufen, ne? Ne, Quatsch. 1939, okay, na gut. 61 Stück, das ist, na ja. Irgend im anderen Tunnel war das Silikon. Toll. Oh Wunder, ich bin mal hoch gekommen, ohne mich irgendwo anzustoßen. Das hier ist doch Silikon. So, mal gucken, wo bin ich jetzt? Doch, es ist Silikon. Da. Und Uran, ich brauch Uran. Aber mit dem Fragie komme ich hier natürlich nicht runter. Das heißt, ich muss es manuell sammeln. Wieso sage ich eigentlich immer, Fragie? Jetzt habe ich ein völlig anderes Flugzeug gemeint. Irgendwie hast du es damit, ne? Ein Gabriel habe ich gemeint. Ein Gabriel komme ich hier nicht runter, ohne der mich da kommt reinzubohren. Und abwärts. Ich bin gestorben. Verdammt. Wo kam die Kante jetzt her? Was kam denn? Hä? Was kam denn? Ich bin runtergeflogen. Zu dem, ähm... Ah, jetzt ist mal der Dämpferner wieder aus. Äh, in das, in das, in das Loch da wieder rein. Und dann habe ich eine Kante übersehen. Und ich habe mich vorhin schon so gefreut, dass ich mal ohne Blessuren rausgekommen bin. Dafür bin ich jetzt beim Reinfliegen gestorben. Doch geil, oder? So, nächstens habe ich mein Werkzeug komplett. Und weiter geht's. So. Reaktor fertigstellen und in Betrieb nehmen. Dann brauchen wir eine Leitung. Und dann brauchen wir eine Leitung. Ähm... Oh, ich kann schon mal... Oh, ich kann schon mal... Ja. Ach, bin ich Gott. Brauche ich gar nicht. Das kann ich dann auch so machen. Ah, das kann ich nur wieder so... Also hier geht's von hier aus. Und das verstehe ich. Jetzt wird's mir auch schön angezeigt. Ah, ne, das ist immer noch zu Magnesium, das wird da angezeigt. Da ist Silikon. Wo will ich das nicht? Das reicht eigentlich völlig, wenn ich... Ist der Material sparend? Zumindest auch gleich anfangen. Oh, warte mal. Ein bisschen doof gebaut hier. Machen wir anders. Also. Okay. Also. Wie machen wir das? Das ist der Material sparend. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Was folgt? Das würde, was tun. Wie machen wir das? Was? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das ist das. ach ich bin da voll da geht das natürlich nicht tja weniger trinken ich hätte auch Bonobald Spätze trinken dürfen schäber schäber mal eben 800 Steine fallen lassen Flug also dieser dieser groß diese große Höhle ist der ideale Mülleimer der niemals voll wird Tim verarbeitet hier Tonnen von Nickel das macht überhaupt keinen Sinn ich meine andere Sachen eigentlich gerade wichtiger zu sein scheint für die Sachen die Tim produzieren will hast du mich gemeint ich habe dich jetzt kaum verstanden irgendwie warst du jetzt ja leise wieso das denn weiß es nicht aber im Moment verstehe ich dich gerade fast nicht kann das irgendwie mit einem Netzwerk zusammenhängen denn ähm ich bin ziemlich nah am Mikrofon eigentlich die Soundqualität ist in Ordnung also keine Unterbrecher oder Verzerrungen nur nur bist du gerade irgendwie sehr leise ich habe keine Ahnung warum so dann habe ich den auch mal getimpt vielleicht ist das schon alles was nötig ist so jetzt kann ich das ganze dann mal sich selbst überlassen wir haben aber immer noch immer noch nur 804 Motoren damit werde ich nicht glücklich was das ist der wo ich die Sachen zu legen Ah verdammt jetzt ist er weg die ganzen der zweiten Ebene nach oben zu kommen oder habe ich das so wie er schon für Tim geöffnet eigentlich Nein keine schwere Panzerung bitte äh ist mir heute zu schwer zu tragen das ist das ich hasse das was erklärt einiges hast du die Reaktorkomponenten schon hochgebracht hier bitte Reaktorkomponenten hast du dich schon hochgebracht ähm hochgebracht ja von unten wieso hochgebracht von wo von da wo der Reaktor war ich habe den Reaktor unten wieder aufgebaut der ist schon in Betrieb ich lege jetzt nur gerade eine Leitung wir hatten doch gar keine Stromprobleme und du hast dir jetzt ja echt in den Kopf gesetzt diese blöde Leitung zu bauen ja klar zum Geier wollte ich denn jetzt da 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 ist da die da das da 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 So ziemlich alles, was ich tun kann, ist jetzt zu sagen, produzier mir mehr Motoren, weil du brauchst ja auch noch mehr Motoren. Im Moment brauch ich nicht. Aber sobald du anfängst, die Leitung zu bauen. Das dauert noch eine Weile. Ich mach alles erstmal hier oben rum. So, wahrscheinlich hast du dein Kram schon längst fertiggestellt, bis ich damit mal anfange. So. Zu dicht gerade noch. Ja, das lassen wir so. Boah, irgendwas haben sie da wieder getreten. Das ist schwierig geworden hier zu bauen. Der baut mehr Reaktorkomponenten. Ich bin fast der Überzeugung, wir brauchen keine. So kann ich das nicht bauen. Jetzt kommt doch, wenn man mal alles von Tim steuern lässt. Motoren, die wir dann definitiv brauchen. Der wird davon produziert, oder keine? Wir haben ja immer noch einen nicht fertiggestellten Assembler. Warum machst du die Assembler kaputt und nicht ganz? Und ich hab den gar nicht, der war noch nicht fertig. Da ist eine Batterie. Deswegen kann ich da nichts. Was ist das jetzt blöd, Danny? Ein Platzmann-Inventar. Wo waren wir? Wo waren wir? Umschneidung. Access denied und noch gar nicht fertiggekommen. Aber dasselbe, was du gerade hattest, gell? Du produzierst mir jetzt bitte Motoren. Du produzierst mir jetzt bitte Motoren. Speed-Modoren, okay. Speed-Modoren, ding, irgendwas gedingst. Ich muss das alles nochmal raustun hier. Mit dem Nachbarn. Und dann ein Produktivitätsmodul hattest du dann noch da. Ja, will mich doch verarschen, oder? Blatt-Steel-Tube-Component-Struction-Component. Ich renne in die falsche Richtung. Ich renne in die falsche Richtung. Das ist ja lustig. Wenn du unterschiedliche Module verbaust, dann geht da sie im Kreis durch. Also drei Viertel-Takt. Ich habe jetzt drei Speed-Module und ein Produktivitäts-Modul. Und dann macht das in drei Viertel-Takt. In einem Viertel-Takt, ja. In einem Reggae-Rhythmus produziert er jetzt Sachen. Ich muss noch weiter machen. Ich muss noch weiter machen. Neun Reaktorkomponenten haben. Ich bin hier hoch. Wieso habe ich hier unten immer die Ziton? Die kommen die Zittern her. Die da unten bräuchte ich. Ach, die war wieder wahrscheinlich nur von dem Eingeschütz, der unten mal platziert war. Ich renne jetzt mal wieder hoch. Es gibt einen Mod, mit dem man die LCDs im Cockpit funktionstüchtig machen kann. Vor einiger Zeit gab es auch noch eine richtig geile Mod. So ein modulares Cockpit, wo man sich dann nach seinen Wünschen zusammenbauen konnte. Das war auch richtig genial, aber ich glaube, das funktioniert leider nicht mehr. Wie viele sind das denn? In der Zwischenzeit werde ich mal die Herbst hier reintun. Ah, ist ja schön, die Anzahl der Motoren steigt. Passiv. Mist, jetzt baut der da auch wieder was. Gibt es irgendwo noch eine Fabrik, die man komplett manuell bedienen kann? Ja, die da. Die da, ne? Was? Nee, die benutze ich gerade für meine Motoren. Ich brauche die denn? Aber die... Ich brauche keine Fabrik, wo mir kein Tim dazwischen vorstellt. Ja, lass mich doch kurz erklären. Da, die da. Okay. Die zerlegt im Augenblick Stahlplatten, falls sie noch dabei ist. Aber das kannst du ruhig unterbrechen für deine Sachen. Ah, ich verstehe. So. Wenn der schon am Zerlegen ist. Warte mal, wie ist das? Das ist 6. So. Dann kriegt ihr gleich noch was zu zerlegen. Einmal komplett. Zack, 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 zack. So, ganz alt wieder da weghauen. So, das geht da rein. Rein. So. Wie man jetzt mal die Zerlegen. So, Reaktorkomponenten stelle ich hier rein. So. Erschneiden. Dann lagt man hier unten auf. Und... ... Was wär's jetzt gewesen? Da hoch. Da brauch ich wohl ne Rampe. Nicht mehr mit dem normalen Blick. Na ja, hab ich ein Block fallen lassen. Okay. 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 Da kann ich jetzt hier wieder nichts bauen, bestimmt ist hier wieder irgendwo, da ist da bestimmt wieder eine Batterie drunter Bebel Mundpflege betreiben müssen Ich binde immer wieder versteckte Batterien Das ist lustig, wenn man bedenkt, dass das ganze Teil aus war Das war's Dass das Teil ausgeschaltet war Das ist echt cool, ich will hier was bauen und dann kann ich den Block nicht setzen und weiß ich schon, da ist wieder irgendwas im Boden vergraben Das muss hier irgendwo sein Habe ich jetzt eigentlich Lustig, mit einem Ressourcenvorkommen Material Construction Components fehlen noch Aber 7000 7000 7000 Construction Components Doch, damit müsste es gehen So, du triffst die Entscheidung Brauchen wir zuerst einen Gabriel oder einen Kampfflieger? Wie bitte? Brauchen wir zuerst einen Gabriel oder einen Bison oder brauchen wir zuerst einen Kampfflieger? Ich würde sagen, in Bison würde schon ziemlich Sinn machen Gut, Bison Als Transporter und so Eine große Batterie Da haben wir es Ja Muss ich nur den Bison finden Der ja nicht die ganze Dings hinten dran hat Ja, ich bin falsch rum geflogen Das müsste sein Okay Ja, schaut gut aus Dann fahre ich ein bisschen vor, um nicht recht zu positionieren Die Batterie ist angeflogen Jetzt muss ich wahrscheinlich kurz aussteigen, damit ich am besten sehe, wo der richtige Punkt ist, um anzusetzen Oh, das muss man schon aufladen Ich habe gewonnen Obwohl 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 Nämlich Auch und schau voll gegen das schleusentor geflogen aber ich lebe noch 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 lebe na ja und und eines zu hier und Hast du die Fabrik, die gerade Stahlklappen zündet? Ach, egal. Das mache ich gleich erstmal hier. Die erstmal hier drin, die später verlegen. So. Ich sollte mal Energie aufladen. Mein Fenster mal wieder zumachen. Das wird ziemlich kühl. So. 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 Ich habe gar keine Stahlklappen drin. So. 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 hat sich was verkantet ach jetzt stell dich nicht so an komm es darunter ich hab das gefühl da ist noch eine hinterlassenschaft im boden wenn ich nämlich hier einen block neben mein grid halte dann wird es dann will dann will er den schräg setzen da muss noch irgendwo was sein 8 und wird schon zwangsläufig nicht verblenden was zu betrunken es geht nicht da muss man sich nicht wundern sie dass ein okay das ist nicht steil genug dann muss ich doch die normalen rampenblöcke nehmen ah ich hab so eine grobe ahnung was das problem sein könnte ja 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 das war es tatsächlich die triebwerke waren im leerlauf von bison die gerade produziert wurden mhm mhm und haben gegen gegen das ding gedrückt sozusagen war das dein discord oder mein discord discord was war mit discord abgebinkt hm aber wenn du es nicht gehört hast war es wohl nur bei mir dann könnte ich mich noch nicht anpassen er hat mich noch ein wenig guck guck ... ... ... ... Komisch. Sag doch. Egal. Kommt das hin? Das kommt hin. Hatte der Bison keinen Sauerstoff? Ah, wir haben ihn ja auf dem Planeten gebaut, der tonnenweise aus dem Parat gehabt hatte. Haben wir dem wirklich keinen verpasst? Weil ich hab, ich hab irgendwie grad in Erinnerung, dass du noch darauf hingewiesen hättest, dass es vielleicht besser wäre, wenn er einen hätte. Aber warte mal, den hast du ja ursprünglich konstruiert, oder war ich das? Ach ne, wir haben ihn beide. Mehr oder weniger. Konstruiert. Na ja, eigentlich hab ich ihn gebaut, dann hast du zwei Triebwerke weggemacht und dann müsste ich die ersetzen. Okay, alles läuft. Dann müsste ich den jetzt befreien können. Nicht. Da ist immer noch eins hoch. Ne, der... Ach, der Bison ist schon eine gute Maschine. Das Arbeitstier. Ich erinnere mich noch an die Aktion, wie wir den Panzer mit dem Ding runtergeschleppt haben, aber auf dem ersten Planeten. Das war echt genial. Das ist jetzt... Das hier... Fünf... Triebwerke... Du willst bitte... Ja... Oh... Hätte ich irgendwas bauen müssen? Hätte ich irgendwo bauen müssen? Hätte ich irgendwo bauen müssen? Dann kann ich... Ja... Ja... Am Schlitten fällen wir definitiv ein paar Rückspiegel. Das wird jetzt schon... Und das machen. Ja... So... Da kommt ein kleiner hin. Ja genau... Machen wir den... In einer anderen Farbe. Das passt. Ja... Da wird definitiv kein Sauerstofferzeuger dran, weil... Da wird definitiv kein Sauerstofferzeuger dran, weil... Wir haben die... Scheinwerfer an der Position, die... Wo der im Weg wäre. Mhm... Achso... Genial... Wie schnell das Ding jetzt praktisch fertig war. Ja... Kann ich mir denken. Hm... Hm... So... Licht ist auch aus. Jetzt können wir schön aufladen. Dann schauen wir mal... Jetzt muss er ja natürlich wieder mehr... Jetzt hat er das meiste an Motoren wahrscheinlich verloren. Nee... Haha... Der andere hat so schnell gebaut, dass die Motoren schon ersetzt sind. Cool. Das heißt, den Kampflikor kann ich im Prinzip auch gleich bauen. Bauen? Ah... Der hat jetzt die... Plattform... Hat ein wenig Schaden genommen. Hm... Muss ich da irgendwie runterkommen? Und ich kann mich da überhaupt eine Verbindung machen. War anders als die Basis steht da gerade und das andere war schief. Halbdruck? Das kann ich nicht sehen. Das werde ich gleich merken. Oh... Den verbruch ich jetzt nicht. Den gibt es auch. Oh... So... 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 Die müssen wir jetzt kurz mal hier wegfliegen. Blöder Hund. Wenn wir einmal schön bauen und dann zu uns. Moment... Sind wir überhaupt noch auf der richtigen Spur? Oh ja... So... Na ja, jetzt ist er... Irgendwas unten drin? Verschädigt? Ne... Sieht gut aus. Ok... Das mit der Rampe muss ich da jetzt erstmal messen. So... Hier haben wir noch eine saubere Verbindung. Ich bin gespannt, ob wir eine Verbindung kriegen. Das sieht scheiße aus. Mist. Die Basis steht schräg zu meinem Grid. Im 45 Grad Winkel. Das ist aber echt kacke. Das ist blöd. Das ist jetzt echt dumm. So... Hm... Wie krieg ich die Kuh vom Eis? Wahrscheinlich gar nicht. so... Ich könnte allenfalls was buchen. Damit was geht. das Stromkabel... Ah... Damit... Höchst aller Diensten... Das nächste Mal geht gar nichts, weil ich keine Pausen dazu habe. Ja... Jetzt... Oder... Dann... Den... Das ist... Das ist... Was da verstehen... Und... mal... Mal gucken. Ja. Ja. Oh ja. Gut, dann muss ich das machen, weil ich davon wieder gelöst bin. Nun gut. Boah, dann kann man ja praktisch nur aus dem Kopf befüllen. Das ist ja doof. Eine Power-Zelle. Das ist eine Energie, das ist eine Batterie. AN-Power. Die ist aber schwächer als die normale. Das kostet weniger Energie. Aber kostet auch 120 Energiezellen. Warum sollte man die dann bauen? Gut, sieht ein bisschen hübscher aus. Naja. Wenn wir den Stromkabeln werde ich ja definitiv nicht leisten. Ist doch Lackbüße geht es jetzt wieder mal hin. Okay. Das war's denn wohl. Das ist schade. Naja. Was? Hm? Was? Kann das Projekt nicht realisieren. Krits sind in unterschiedlicher Richtung. Kann die nicht verbinden. Achso. Ja, das sind sie. Das heißt, ich werde den ganzen Kram abreißen und nach oben bringen. Sehr gut. Das heißt, wir haben genügend Baumaterial für mein Kampfschiff. Das auf jeden Fall. Aber ich finde es schade, weil ich wollte hier unten was richtig schönes bauen. Aber das ist doof. Der Neigungswinkel von dem Grid ist 45 Grad. So. Einen Moment. Erst den feuchten Redaktor abreißen. Erst mal das Uran rausholen. Vorsichtshalber. Kann ja nie wissen. Aber das Abreißen geht schnell. Ich habe an meinem Thron schließlich ein Ding gebaut. Eine Schleifmaschine. Das ärgert mich jetzt. Mann. Das ist jetzt passiert. Ich hatte so eine schöne Idee dafür. Was ist drunter? Ich habe oben keine Düsen. Zum keinen. Gern Fan. Der Ausstattion. Ich bin hart aufgekommen. Ein Oxygen Generator vom Bison sind jetzt eine Sauerstoffflasche und eine Hydrogenflasche. Wie bitte? Ich habe einen Bug, dass mir der Inhalt von Grids teilweise nicht mehr richtig angezeigt wird. Na super. Jetzt zeigt das an. Okay. Wie ist der Ladezustand? Halb. Mit seinen 8 Batterien braucht er ein bisschen. Ja. Du weißt ja, wo Ding braucht Weile. Dann reißen wir mal die Packer ab. So, was wollte ich? Genau, ich wollte unsere anderen beiden Landingpads hier noch verkabeln und das vorne am Dings vielleicht sogar vergrößern. Ja, ich glaube das mache ich als allererstes hier mal das Landingpad vergrößern. Ich bin froh, dass ich hier keine schwere Panzerung verbaut habe, sonst würde das ewig dauern. wird das noch nicht alles gut finden. Das wird jetzt auf die im Bildrausch. Das tut kein Problem. Ich bin froh, ich kannst mich jetzt reetzen. Ich bin froh, ich muss es gut feststellen. ein bisschen schon vor auch konnte das schon vor auch noch nicht Tja, lieber Thron. Deine Aktion hätte ich mir anders vorgestellt. Du solltest an die Schweißen und nicht zerlegen. Guck mal, die gingen da oben. Guck mal auf, ja? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und das hätte ins Auge gehen können. So, was ist passiert? Ich habe zwei Sauerstoff- und keine Wasserstoffflasche dabei. Ach so! Ja, das kann böse ins Auge gehen. Aber gut, eine gute Sache durch die ganzen Baumaßnahmen sind wir jetzt definitiv nicht mit den ganzen einzelnen Mini-Grids losgeworden. Das ist komplett heilig geblieben. Das ist doch auch mal was. Da brauche ich noch genug klopfen. Das muss ich gegen uns die Plätze noch einmal reinrühren. Ich stürze ab! Du hast den Rechner oder was? Nein! Mein Thron, er ist zu schwer. Er ist zu voll. Oh, scheiße! Nein, verdammt! Ich bin gestorben und mein Thron ist hinüber. Och Mann, ist das eine scheiß Folge heute. Verdammt! 3D-Drucker? Ja, schon, aber... Das sind ein Haufen Ressourcen drin. Die sind da wahrscheinlich immer noch drin. Jetzt nicht mehr, der Thron ist hinüber. Ähm... 400 Meter, weißt du? Ich will mal gucken... Ob man noch was davon retten kann. Da waren immerhin... Da waren immerhin 2000 Reaktorkomponenten drin. Schnell hin. Mist, äh... Wo ist meine Leiche? 400 Meter... Oh, nein! Mein Rucksack liegt da. Und hier verstreut jede Menge Kram. Ah, wenigstens Uran habe ich gerettet. Na, immerhin. So... Was liegt hier rum? Bauerzellen... Bildschirmelemente... Aber keine Reaktorkomponenten, oder? Und hier sind alle hinweg? Was ist das? Was ist das? Bausätze... Rohre... Ach, die Rohre ist geschissen. Die hättest du vernichten können. Ähm... 123... Dann haben wir hier Motoren... 300... Metallgerüste... 791... Immerhin... Noch mehr Bausätze... Rohre... Dahlplatten... Toll, aber die Reaktorkomponenten scheinen weg zu sein. Immer das Wertvollste... Sehr witzig... Oh, das liegt noch da oben, das könnte auch sein. Schöp... Schöp... Hier noch was? Ne... Müssen wir das... Ah... Auch auf jeden Fall... Hier noch was? Nein... Hier liegt auch nichts... Arsch... Das ist gefährlich nicht... Ähm... Das auch... Was für ein Ärger... Ich hatte ganz vergessen, dass der Thron nicht mehr abheben konnte, als er ganz voll war. Und der Container, den ich abgebaut hatte auf der Brücke, der war leider voll. Und mein Thron dann auch. Äh... Es sollte ein Notfall-Eject-Dings geben, dass man im Notfall das Zeug abwerfen kann. Ähm... Erstmal hier leer machen... Ich brauche jetzt auf jeden Fall ein kleines Fahrzeug mit Stauraum. Ich will das Zeug holen, das da unten liegt. Container... Äh... 0.1... Kann man mit dem Kram erstmal rein... Ja... Scheiße, ey... Koppel... So... Wie funktioniert denn dein Spielzeug? Eine Lampe... Was willst du dir denn basteln? Ja... Meinen Thron will ich wieder haben. Ich muss da runter, ich will das Zeug holen... Was ist jetzt drin? Ich dachte grad grad, wo bist du denn? Ja... Fahr erstmal ein Stück vor... Ja? Fahr erstmal ein Stück vor... Kleinen Moment... Ich suche grad meinen... Ah, hier... Dachte ich schon, ich hätte vergessen, im Gang drin zu machen... Ein Stück vorfahren? Ja... Wird einfacher damit... Äh... Also wenn du mal Übersicht dann hast... Ähm... Führungsschienen gebaut... Mhm... So... Okay... Und jetzt... Ähm... Halt... Okay... Jetzt den Projektor anschalten... Und dann... Äh... Ist schon an... Und dann... Dings... Ähm... Machen... Äh... Für die Einrichtung am besten erstmal umstellen... Ich hab im Moment schon... Only... Bildung... Also das... Wegklicken... Dass er alles zeigt... Ach so... Moment... Ach... Also jetzt... Äh... So... 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 Es ist jetzt viel zu weit... Äh... Links von dir ausgesehen... Ne... Rechts... Das heißt... Ich muss es weiter nach links machen... Moment... Projektor... Äh... Ne... Am besten arbeitest du mit dir aus... Horizontaler Versatz... Ja genau... Sehr gut... So... Jetzt nach vorne... Oder noch ein bisschen weiter... Jetzt erstmal nach vorne... Also... Nach vorne... Mhm... Sehr gut... Klappt... Ähm... Ja... Nochmal... Drei nach... Ne... Doch... So fahr ich jetzt zurück... Drei nach vorne nochmal... Weil ich wahrscheinlich dagegen gelaufen bin... Ähm... Drei Felder nach vorne... Mhm... Andere... Ich mach mitwärts... So... Halt... Zwei zurück... Eins... Zwei... Und... Eines hoch... Nach oben... Und zwei runter... Hoch... Noch hoch... Ja... Müsst mir da... Nein... Du... 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 Ja... Jetzt... Noch eins... Äh... Wieder eins zurück... So... Perfekt... Das müsste gehen... Ja... Perfekt... Okay... Jetzt schalte es wieder um... Auf... Only Buildable... Mhm... Siehste... Jetzt zeigt er nur noch diesen einen an... Das heißt... Wenn man den grünen ganz oben... Äh... Dann nachher am Schluss weg... Flext... Dann... Ist er frei... Und... Äh... Ja... Jetzt schalte ich dir die... Äh... Wälder an... Achso... Fahr erstmal ganz zurück... Ganz zurückfahren? Mhm... Obwohl... Ich glaub du bist schon nah genug dran... Okay... Dann schalte ich dir die Wälder an... Boah... Geht der ab... Hahaha... So... Und jetzt... Zurückfahren oder wie? Äh... Ne... Ne... Nicht die ganze Zeit fahren... Ich hab gar nichts gemacht... Ich bin nicht losgefahren... Wollen wir ein Stück zurück? Würde ich gern... Aber er fährt nicht... Sag mal... Ist die Handbremse angezogen? Ne... Ich hab gar keine Kontrolle mehr über das Teil... Ähm... Alles kein Problem... Ich glaube dein Flieger ist fertig... So... Ah... Leck war das schnell... Geniales Teil... Ja... Jetzt kannst du selbst schnell schauen... So... Jetzt muss ich nur... Ähm... Da ist schon Energie drin... Wenn er fertig ist... Stimmt ja... Genau... Da war ja was... So... Erstmal die Tweetback... Ein... Aber die Gruppen hat er nicht komplett übernommen... Oder ist... Nicht ganz fertig... Warte mal... Ich seh da auch gerade... Ausgerechnet... Äh... Lustigerweise... Der... Der hier ganz vorne sein sollte... Ist nicht da... Geht aber nicht... Wieso geht es nicht... Warte mal... Ah... Ich glaube das überschneidet sich gerade nur... Wir müssen den Projektor ausschalten... Kontrollteil... Projektor... Auf... Und jetzt kann ich mal gucken... Unter- und Trittwerke sind alle da... Die sind da... Eigentlich müsste alles da sein... Aber untermalso... Übernimmt er ja die Gruppen auch... Ähm... Ja... Sind bei mir nicht... Komplett... Ich will nochmal reinschauen... Nun... Vielleicht hängt es mit deinem Asimov-Sitz zusammen... Ähm... Er hat... Er hat überhaupt keine Gruppen angelegt... Die Triebwerke sind aber da... Er hat nur keine... Er hat nur keine Gruppen angelegt... Warum auch immer... Das ist aber nicht schlimm... Ähm... Die Triebwerke sollten ja eingeschaltet sein... Die sind eingeschaltet... Soll ich dich lösen... Solange du noch drin sitzt? Äh... Ja... Lös mal... Ah... Okay... Dann erstmal irgendwo andocken... Was ich laden kann... Oh... Der sollte nicht so weit... Äh... Weiß... Irgendwie Gruppen einrichten... Hm... Ha... Das ist auch mal knapp... Wieso ist das jetzt so weit vorgerollt? Ah... Ich suche jetzt erstmal das Triebwerke... Das mag er nicht mehr fahren... Das Problem hatte ich gerade eben auch... Ich konnte das Ding überhaupt nicht mehr kontrollieren... So... Okay... Da will ich aber nicht hin... Da ist meine Tankstelle... Ah... Handbremse... Aus... Handbremse ist gelöst... Keinerlei Kontrolle... Ich schätze mal... Weil du das andere Cockpit benutzt hast... Äh... Sie waren ja eine Weile zusammen... Ist jetzt erst... Wir sagen... Main Cockpit... Ach... Das kann sein... Ja... Noch mal rein und raus... Aber ist schon ein nettes Teilchen... Das Reaktor ist... Ein... Cockpit ist... Ein... Main Cockpit ist aktiviert... So... Jetzt mal drüber da hinladen... Und dann... Kann ich ihm dazu ein Zeitpunkt... Die Räder sind eigentlich auch an... Ach so... Stopp... Muss erst die Gruppen machen... Muss erst die Gruppen machen... Muss erst die Gruppen machen... Der Projekt wäre es aus... Und das sollte ja auch so sein... Ich verstehe jetzt nicht... Warum mal... Nichts macht... Nichts macht... Ah... Töööö... Ja klar... Das ist lustig schieben... Kann ich ihn... Aber nicht fahren... Aber nicht fahren... Super... Und bremsen konnte ich jetzt auch... Jetzt geht's wieder... Ah ja... Hm... So... Das war jetzt echt komisch... Dass du die Gruppen nicht übernommen hast... Aber egal... So... Ah... Und dann ist das... So... Handbremse an... Dann... Jetzt habe ich das schöne Grün nicht mehr... Das war das Grün vom Grashüpfer... Man... Eitel... Wenn ich sogar jetzt extra runter renne... Um die Farbe... Kannst du mal eben... In meinen Thron einsteigen... Und den Besitz auf mich überschreiben... Wo bist du denn? Glaub... Deswegen hat er die Gruppen nicht übernommen... Da das dein... Da das deine Schweißmaschine ist... Es steht als Besitzer überall du drin... Es steht zwar drin... Mit Fraktion Teilen... Aber... Das könnte es gewesen sein... Ähm... Ich stehe hier... Bei dem Gebäude... Vorm Froggie... Da bist du mal Antor... Das finde ich fast da... Ich habe gar nicht gehört... Dass du was gefragt hast... Ja... Ich habe gefragt wo du bist... Hm... Achso... Mhm... Ich wollte jetzt nämlich gerade... Die Gruppen einrichten... Und dann ist mir das aufgefallen... Als ich das Grid umbenennen wollte... Und ich das nicht konnte... Wo... Wo... Wo mache ich das nochmal? Äh... Also... Hier ist Control Panel... Ah... Hier beim Control Panel... Genau... Okay... So... Gehört nun ganz offiziell dir... Wunderbar... Jetzt kann ich dann nämlich auch hier... Ne... Kann ich immer noch nicht... So nicht... Ah... Du hast gar nicht alles... Du hast gar nicht alles... Ähm... Umgeschrieben... Am... Am besten einfach alle Blöcke markieren... Und dann... Auf Besitzer wechseln gehen... Ja... 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 Die Besitzverwaltung... Access denied... Der... Der große Sitz gehört jetzt dir... Warte... 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 Äh... Wahrscheinlich ist hier jetzt nicht... Ähm... Warte mal... Ist das hier... Ja... Nicht teilen ist eingestellt... Das ist natürlich der OPSA... Jetzt müsste es gehen... Aber das Problem ist... Ich kann das... Erst dann umbenennen... Wenn wirklich alle Blöcke mir gehören... So... Jetzt gehören sie alle dir... Alle die ich von hier aus erreichen konnte... Zumindest... So... Schauen wir mal... Wunderbar... Jetzt funktioniert's... Dankeschön... So... Zack... Ähm... Jetzt kann ich... Ah ja... Die Gruppen sind alle da... Jetzt erst mal docken... Und aufladen... Und dann runter... Und das Zeug retten... Zumindest was noch übrig ist... Rrrr... Stammt... Äh... Außenansicht... Hallo... Jetzt... Also die Außenansicht verhält sich wirklich... Merkwürdig manchmal... Wenn... Strukturen in der Nähe sind... Oh... Nicht zu weit... Jetzt... Muss ich warten... In der Zwischenzeit kann ich mal meine Flaschen auffüllen... Immer noch... Oh... Ich kann grad gar nicht an dem Grid-Baum... So kann ich grad gar nicht an dem Grid-Baum... Das hilft... Genau... Da muss ich warten... Bis der Voll ist... Kennst du das? Es gibt Tage an denen sollte man einfach nicht aufstehen... Hahaha... Und da habe ich denke ich bin heute an diesem Tag sogar schon zweimal aufgestanden... Ein Tag an dem wir streamen... Kann kein Tag sein an dem man nicht hätte aufstehen sollen... Was meinst du? Ein Tag an dem wir streamen... Kann kein Tag sein an dem man nicht hätte aufstehen sollen... Das kommt immer drauf an was dir da passiert... So... Also unser 3D-Drucker... Dings... Verhält sich grad ziemlich komisch... Jetzt... So... Das Grüne ist wieder da... Jetzt sind wir die Strukturen... Und auch sauer vor und zurück fahren jetzt... Was war das? Achso... Jetzt dachte ich gerade da wäre was explodiert... So... Achja... Mal die... Pfeile reparieren... Die die Piraten wieder einen sehr unordentlichen Zustand hinterlassen haben... Ein Wunder, dass das ganze Ding nicht schon in sich zusammengekracht ist... Na übertreibs mal die... Ja... Da muss man bei... Empyreion aufpassen mit der strukturellen Integrität... Da kann sowas tatsächlich passieren... Ich glaube ich muss kurz tricksen mit dem Ding... Ich habe allerdings beim Übersetzen von Space Ingenieurs gesehen... Dass es auch eine Variable gibt... Die sich nennt... Strukturelle Integrität ein- oder abschalten... Das heißt... Entweder... Ist das was... Wo sie mal... Umsetzen wollten... Und dann nicht gemacht haben... Oder geschafft haben... Also ein Überbleibsel sozusagen... Oder... Da soll noch was kommen... In der Richtung... Ja... Was denn hier an? Also... Du bist es scheinbar nicht... Ich würde da irgendwo... Ach... Ein Signal erstellt auf seinem Channel... Und der ist nicht viel... Viel geschaltet... Viel geschaltet... So... Okay... Wo ecken denn das Ding an dauernd an? Au... Au... Die kaputten... Blöcke hier, ey... Hä? Schon wieder? Ich dachte... Ich hätte denn jetzt einen Fall... Vielleicht sollte ich hier hinten... Ein paar... Notfallbremsblöcke anbringen... Damit das... Ah gut... Das ist ja eigentlich vorne abgesichert... Bist du jetzt mal ruhig da... Eieiei... Wenn sie sonst nirgendwo was schreiben... Aber wenn man hier am Stream ist... Und seine Ruhe haben will... Dann geht's auf den Discord-Channels los, ja... Hehehe... So... Alles gut... Okay... Bereit für das nächste Projekt... Das Ding... So... Sieht's aus mit dem Bison... Ein Bison ist vollgeladen... Haha... Sauber... Bei der Spitze fehlen ja sogar Blöcke... Ja... Hoch, hoch... Du sollst hoch... Da fehlen ja Blöcke... Das ist aber gar nicht... Achso... Mit dem Bison geht's... Und das nicht... Jetzt nicht... Bei welchem Ging sind wir... Nein... Der hat gar keinen... Verdammt... Mit dem Spiel stimmt was nicht... Ja... Die sind uns eigentlich... Das kann doch nicht sein... Ich hab auf Angibt die richtige Drehung gefunden... Ist das krank, das Spiel? Das ist so wie bei dir mit den Ampeln... Ich muss da drin sitzen... Das ist wie mit deinen Ampeln... Die kaputt waren... Welche Ampeln? Von deinem Let's Play... Ah... Die Ampeln, die nicht funktioniert haben... Weil sie dir grün gegeben haben... Ja genau... Die würde ich sofort dem Hersteller zurückgeben... Das geht ja gar nicht, oder? So... So... Da hinten sind noch... Ne... Da sind jetzt alle Blicke heil... So... Dann lade ich... Und dann... 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 Dann ist mein Thron geladen... So... Dann geht's mir hier erstmal auch so gut... Ah... Ich weiß was los ist... Ha... Ich... Da... Machen... Da hat einfach nur keine Energie... Wer hat keine Energie? Ähm... Mein Gabriel... Deswegen konnte ich da gerade nicht... Den Gabriel nicht nutzen... Um... Also es ist nicht angeschaltet... Nichts... Was uns Sorge bereiten müsste... Nach Reaktoren hat er ja auch... Und daher... Braucht auch kein Starthilfkabel... Mh... 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 Reaktoren hat aber keine... Was? Ach ne... Das waren die Gyros... Aber manchmal verwechsel ich die Gyros mit dem Reaktoren... Hä? Hab ich da nen Block vergessen beim Froggy? Das geht aber nicht... Moment... Mh... Kurze Pause... Mh... Bis gleich... Schlampige Arbeit duge ich nicht auch nicht bei mir... Und sofort repariert werden... So... Fehlen mehrere Blöcke... Ach... Das ist ja lustig... Wieso fehlt hier eine Wasserstoffbank... Dachte ich hätte die alle erwischt... Oh... Da muss ich ja nochmal ran... So... Was ist das für ein Block... Ja... So... Eieieiei... große Portalrohre die Bauzeit haben wir schon mal Bayern 7 davon noch beschwören kann ich habe die alle erwischt merkwürdig Elektronik hier noch oh shit, war nicht sehr schlau komm ich da nämlich nicht mehr dran also bin nochmal weg ok, was war denn das warte mal, den brauch ich nicht ersetzen beim frocki waren innen drin scheinbar mehr blöcke beschädigt als ich dachte ach ne quatsch ich habe mich irritieren lassen das heißt ein wasserstofftank fehlte noch aber innen drin zeigte mir natürlich noch die die Panzerblöcke von der alten Version vom frocki an bevor der Sprungtriebwerk drin war und das ist natürlich nicht mehr relevant das irritiert mich jetzt aber da habe ich hier einen wasserstofftank übersehen der noch defekt war den muss ich jetzt erstmal bauen so gut dass da ein Block gefehlt hat sonst wäre mir das überhaupt nicht aufgefallen jetzt fehlen noch Elektronikteile wo seid ihr wo seid ihr jetzt natürlich gerade keine aber da halt auch im Startladen so muss noch diese Rohrleitung grün werden jawohl wunderbar ja was da hinten ist da das ist irrelevant das auch so hier ist auch alles in Ordnung auch alles da dann kann ich die Hülle jetzt mal da oh falsche Farbe zack zack keiner hat's gesehen zack keiner hat's gesehen den Block muss ich auch wieder ersetzen wo ist er jetzt da so was hätten jetzt sollte aber wirklich alles so weit okay sein am Kroppi so wie es aussieht mit meinem Ohn der ist noch nicht ganz voll so mhm einmal kurz verrutscht und ich lasse hier hinein machen ah in 54 Sekunden aufgeladen dann hole ich mir was zu trinken bis ich wiederkomme ist er hoffentlich fertig willst auch noch eine elektrisch aufgeladene Zero Cola du sollst doch deine Cola nicht aufladen das passiert hier das will ich ja gar nicht aber das passiert ja automatisch wenn ich sie dir über die Leitung schiebe mhm äh mhm mhm an deinem 3D-Drucker hier an der Basis ausdrucken. So. Eben die Bergungsmission starten. Mal gucken, was man da unten noch alles wieder retten kann. Ach, deshalb. So, Moment. Das heißt, die sind alle falsch. Die sind alle falsch. Was ist falsch? Nicht falsch, falsch. Was ist falsch? Was ich hier gebaut habe. Ach, ich kenne einen, dem geht das ähnlich heute. So, los geht's. Ah, die Berge sind an. Dann wollen wir nochmal abtauchen. Ach. Die Ärger nehmen. Das ist garanti. Das sind alles. Das sind alles. Jetzt verrucke ich. Und wäre mir nicht ein Block runtergefallen, hätte ich es gar nicht gemerkt. Wollen wir mal gucken, was wir da noch bitten können. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Geil, vielleicht sind da die Reaktorkomponenten dabei. Ich glaube nicht, dass du die retten musst, wir haben so viele jetzt schon hier. Was, die Reaktorkomponenten? Ja. Ich rette alles, was ich kriegen kann. Haben ist besser als brauchen. Ne? Mal gucken, was da liegt. Oh, da liegen die Überreste von meinem Wohnen. Wie traurig. Oh, der Arme. Reaktorkomponenten 600 Stück. Her damit. Gleich einsacken. So. Ah. Ich glaube, dann ist die Katastrophe doch nicht ganz so schlimm. Hier liegt eigentlich so ziemlich alles rum, was ich vorhin vermisst habe. Also, inklusive der Überreste meines Throns. Ja, hier kann man wirklich sagen, der König wurde gestürzt. Apropos gestürzter König. Ich habe mir das aufgefallen von den Spielen, die du gerade spielst, dass da eines fehlt. Fehlt? Ja. Superleiter. Wieso? Das... Ich habe schon wieder Netzwerkprobleme ohne Ende. Hm. Das ist aber, glaube ich, mein Netzwerk, das hier rumspinnt. Also, bei mir ist alles normal. what do you do? Where do you do? Which one is missing? jetzt komme ich nicht auf den namen ging das auf einmal und wieso fehlt das weil das eine weile gespielt hast aber noch nicht lange nicht genug um das beendet zu haben ach so ja das ist bei mir manchmal habe ich lust auf das und manchmal auf das und irgendwann habe ich da wieder Lust auf das das wechselt immer mal irgendwann zeug ich das garantiert wieder so der Webster leg der Webster leg habe ich gesammelt doch nicht ganz so groß war weiß vielleicht finde ich den Rest auch noch wenn ich weit genug wenn ich lang genug rum suche hier liegt zum Beispiel eine ich mache mal hier noch welche altblatten 4000 nett erst mal die Überreste zerlegen so wo waren sie jetzt hier muss ich da jetzt mal schauen ob ich noch abheben kann und der weiß vielleicht finde ich ja noch mehr vielleicht sollte ich statt zwei Batterien auf dem Dingengroßen Reaktor bauen wie ich sie anpacken können denn jetzt muss ich mal gucken jetzt muss ich mal rechnen der große Reaktor würde ja Energie liefern knapp 15 Megawatt und die beiden Batterien liefern nur jeweils vier das heißt mit einem großen Reaktor würde ich fast den gleichen Platz verbrauchen allerdings hätte ich mehr Energie fast doppelt so viel und dann könnte ich noch ein paar Triebwerke unten dran setzen ich glaube das mache ich sobald ich wieder oben bin da habe ich jetzt alle Platten aufgesandelt ja ab so komme ich jetzt erstmal nach oben oh scheiße erhebt schon ach Moment erhebt schon nicht mehr ab was ist jetzt blöd dann packen wir auf dann packen wir auf äh wo ist die Brücke hier ich habe und wenn wir reizt man schon mit dem abheben aber immer die gleiche Stelle wann lerne ich es endlich mal Wurde Zeit, dass die mal repariert werden. So, diesmal dieses Triebwerk aus, auf Aufladen, passt wunderbar. Unser Bison hat Parkplatz, parken wir den auch gleich, mal gucken, ob er jetzt abheben kann, aber ich sollte auch abdocken, reicht immer noch nicht, so weit fliegen muss der nicht, muss ich noch mehr rausholen. Triebwerke aus, Batterien aufladen, genießen. Ohne die Brückenkonstruktion würde ich hier nie wieder rausfinden. Nur im Raumanzug. Aua. Boah, das ist ja schlimmer wie ein Rennen. Ah, was sehe ich da? Noch ein defekter Block, Frechheit. So, ich brauche noch ein paar Parkplätze und Passachstelle. Oh. Wieso habe ich hier eigentlich wieder keine Wasserflasche, äh, Wasserstoffflasche dabei? Früher hieß es, vergessen wird mit dem Stock gemessen, ne? Heute heißt es, vergessen wird mit dem Fall gemessen. Oh, ob ich jetzt abheben kann. Oh, immer noch nicht, was ist los? Moment mal, da stimmt etwas anderes nicht. Ich kann mich nämlich auch nicht drehen. Ah, jetzt deswegen. Okay, er hebt nicht ab. Jetzt noch mehr Ballast ab, ja. So schwach hab ich den jetzt aber nicht immer den Raum. Obwohl, es ist auch viel. Muss man schon sagen. Ja, muss ich definitiv zurückkommen und dann Reaktor draufsetzen, dann kann ich nicht mehr Triebberg anbringen. Au. Halt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Wow, nein. Oh. Juhu! Hä? Ach, das war noch Schatten. Shadows on the wall. Jetzt hebt er ab. Langsam aber erhebt. Ich werde dich jetzt gleich mal umbauen. Weil ich wieder oben bin. Wenn ich jemals nach oben kommen sollte. Moment, da liegt noch was. Aber das kann ich jetzt nicht holen. Na ja, das muss ich nur merken. Vorsicht. Huch! Huch! Äh, okay, Gesundheit. Ähm, falls jemand irgendwo ein Herz rumliegen sieht, das war meins. Das ist vor Schreck raus. Ich hab dich gerade nicht gehört, entschuldige. Ich hab den Kopfhörer abgelockt. Ich sag dir Gesundheit. Falls jemand irgendwo ein Herz rumliegt, das war meins. Das ist vor Schreck raus. Ich hab dich gemeint. Ich hab gesagt Vorsicht. Boah, ich steige mit sagenhaften 1,14 Meter pro Sekunde. Oh! Aber wieso zum Teufel? Vorhin hat er beschleunigt mit... Vorhin ging er so schnell hoch und jetzt plötzlich nicht mehr. das versteht, ne? Im Gegenteil, ich werd sogar wieder langsamer. Was soll das denn? Ich hab doch gar nicht mehr dazu. Hallo? Und noch ein paar anständige Plätzchen führen. Also das Teil ist so platzverschwenderisch gebaut, echt. Aber wir haben natürlich auch schon wieder jede Menge Flieger. Da ist dein Thron. Da ist Gabriel. Da ist Engel. Da ist Bison. Da ist Heuschrecke. Da ist Froggy. Ah, jetzt bin ich gestorben. Scheiße. Habe ich den jetzt mal angestellt hier. Dann die Turrets da unten. Das sind ja auch einzelne Grids. Boah, ist hier viel rum. Viel einzelne Grids. Meinst du die Turrets vor der Station? Ja. Das sind einzelne, ja. Die sind nicht verbunden. Ich glaub, ich hab ein Idee. Könnte man auch zerlegen. Reift uns ja eh keiner an. Pass auf, dann zerlegen was und dann kommen sie. Ja. So, hier ist meine Leiche. Klingt ein wenig morbid. Und, ja. Allerdings. Und mein Thron steht da unten an seinem ursprünglichen Platz. Und tut so, als wär nix gewesen. Willst du mich verarschen, Junge? Ey, ich hab... Jetzt hebt er nicht mehr ab. Grad eben war ich... Ich war fast 50 Meter hoch. Plötzlich ging er wieder runter. Zu wenig Energie? Nee, nee. Ist ja die gleiche Konfiguration wie immer. Äh, also irgendwie ist das schon sehr merkwürdig. Egal, da muss ich halt nochmal eine Fuhre rausholen. So. Versteh das nicht. Naja. Aber ich kann jetzt mal kurz gucken, was da war, was ich da vorhin noch gesehen hatte. Ach, eine herrenlose Stütz, die runtergefallen war. Völlig uninteressant. Was ich denke, es ist taktisch besser, wenn ich erstmal alles ablade. Oh oh, was hast du vor? Äh, ich baue nur mal wieder einen Haufen Stahl. Ja, baue mal wieder einen Haufen Stahl. Ich frage mich immer noch, was aus meiner Flasche geworden ist. Ich glaube, es ist eine dumme Ahnung. Also hier sind noch zwei Wasserstoffflaschen drin im Elektrolyseblock. Oxygen Hydrogen, wo hast du deine gefunden? Ja. Ja. Und im Ohrprozessorteil da im Elektrolyseblock sind noch zwei Stück drin. Voll aufgeladen. Heißt der auch Elektrolyseblock? Ja. Ja. Mit 18,3k ist alles drin. Jetzt komme ich von daraus nicht ran. Ich hatte eigentlich im Block hier von Dings, da ist dann links Oxx. Da hatte ich eine abgelegt. Ähm. Ja genau. Jetzt kommt dann raus. Also das ist dann ein Gebäude, wo Ohrprozessin drüber steht. Ja, ja. Ich weiß. Aber ich musste ja nicht hin. Wir haben ja alles verkabelt. Ja. Je nachdem, wo hast du zugegriffen? Ich? Jetzt gerade vom Bison. Ah. Und der ist angedockt, ne? Mhm. Okay. Merkwürdig. Wieso merkwürdig? Naja, dann hättest du an den Tan kommen müssen. Außer es ist ein Sortierer dazu. Nee. Beim ersten Mal habe ich es von einer Stelle probiert, die ich verbunden habe. Ach so. 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 Mal gucken. Jetzt hebt er. Wehe. Du machst wieder. Wehe. Wenn du mich nochmal so verarscht, dann lass ich dich einfach fallen, verschrotte dich ja. Aber vorher mache ich noch die Container leer. Haha. Ah ne, jetzt fliegt er normal. Keine Ahnung, was das gerade eben war. Vielleicht hat ja auch die Drohung geholfen. Wer will schon gern verschrottet werden. So. Dann werde ich jetzt gleich den Wohnen erstmal umbauen. und dann den Rest unten holen. Dann werde ich noch drei Triebwerke zusätzlich dranhauen. Und nach unten hin. Und nach unten hin. Das ist dann kein Problem mehr. Und nach unten hin. Und nach unten hin. Dann muss man das in die Tür nehmen lassen. Und nach unten hin. Und nach unten hin. Dann ist das ein Problem mehr. Und nach unten hin. Und nach unten hin. Pass ein bisschen auf deinen Thron auf. Pass ein wenig auf deinen Thron auf. Ach, ich stürze gern Könige, weißt du. Am schönsten, die schönsten Anblicke sind immer Könige, die auf die Fresse fliegen. So. Ich höre dich. Du hörst mich? Ich habe dich gehört. Das sind Triebwerke, oder was? Ja. Ah, ja. Und so steige ich auf meinem Thron empor. Verneigt euch, ihr Götter. Lässt er nicht kleigen. Du weißt, wie er sein kann. Klang ist kein Gott. Klang ist kein Gott. Klang ist ein Ungetüm. Oh Gott, unsere schöne Basis. Was heißt die unsere schöne Basis? Ich habe heute schon Klang genug geopfert. Und ich darf das heute. Klang persönlich hat mir heute den Darfschein gegeben. Ich brauche einen Ort, wo ich basteln kann und wo ich anbocken kann mit Zugriff aufs Netzwerk. Drüben, äh, bei der Building Plattform. Bin schon da. So. Keine Lust, den ganzen Kahn von Hand auszuladen. Jetzt lassen wir die Scheinwerfer ausmachen. Hier ist hell genug. Einmal zurücksetzen. So, jetzt müsste es wieder funktionieren, dass ich es schon hier hole. Batterien aufladen, Triebwerke aus. Abladen. So, ich komme zurück mit... So, was haben wir denn alles? V-Rex-Bohnen, Leere ausblenden. So. Kleine kleine Stahlrohrer, klar, 29 Motoren, 2200 Stahlplatten, Elektroteile, Reaktorkomponenten. Oh, ja. So. Moment mal. Ist sonst nichts so was drin? Nö, scheinbar nicht. So. Jetzt muss ich aber aufpassen, was ich tue, denn, wenn ich jetzt die Batterien abreiße, ist aber noch gedockt oder nicht? Ja. Erstmal müssen die Triebwerke oben weg, für die muss ich dann einen anderen Platz suchen. Der oberen Scheinwerfer auch. Ah ja, er bleibt gedockt. Hey, ich habe meinen Stuhl angeflext, das geht gar nicht. Er sind bei Nummer 6, wo bist du? Natürlich kann ich... Bist du doch noch am Stahlplatten zerlegen, oder kann man die wieder ins Inventar zurückschieben? Ich überlege gerade, aber ich bin mir nicht sicher, wenn wir dann eine andere... Dann kann man zu spät wiederholen, weil ich habe hier die alten Batteriezellen, die sollten ganz dringend recycelt werden. So, die nehmen leider ziemlich viel Platz immer weg. Das ist kein Problem. So, dann kann man die auch mal reinschmeißen. Habe ich noch mehr irgendwo? Ich glaube nicht. Ist Charge, Power, Cell. Doch, da sieht noch... Dockport 8, wo immer der ist. Wer ist Dockport 8? Und wieso komme ich da nicht dran? Da sind nämlich welche drin... Ne, meiner ist benannt. Dockport 8 ist der alte unten, den du gebaut hattest. Ah, ja. Dann hole ich die mal so. Dann kann man die auch gleich noch verschrotten. Das ist der, wo ich... Das ist der, den ich für meinen Thron gebaut habe, ne? Mhm. Stimmt, und der hat ja keine Verbindung. Der ist einfach nur zum Energieaufladen gedacht gewesen. Den kann ich jetzt eigentlich mal da abreißen. Den braucht kein Mensch mehr. Der irritiert nur. So. Weg damit. Wo bist du? Du kriegst jetzt Arbeit. Oh, nö, nicht schon wieder. Was? Nee, nee, ich sagte zur Fabrik. Du kriegst Arbeit und die Fabrik so. Och, nö, nicht schon wieder. Nicht maulen, machen. So. Ja, es geht meistens am schnellsten vorbei, wenn man es einfach gleich macht. Oh, nö, okay. Drei Triebwerke will ich noch unten dran laden. Oder ich könnte das anders machen. Hält mir nicht. Variante. Jetzt baue ich erstmal den Reaktor. Dann muss ich dann noch unten drinnen. Dann kann ich das nämlich schon machen, dass der Krachcontainer auch... dann muss ich die Büros versetzen. Auch kein Problem. Büros sind eh was für Weicheier. Außerdem schmecken die nicht. Du hast sie probiert. Ja, Gyrus sind so eine Sache, da muss man Glück haben. Und das Dumme ist, wenn man da gerade mal einen Gyrus-Stand gefunden hat, der richtig gut ist, dann ist er garantiert beim nächsten Mal schon wieder weg. Oh, der ist nicht stillgelegt, Mann. Ah, das piepste nervt mich, wenn es um Ruhe ist. Was fehlt mit dem jetzt noch? Metallgerüste und 95 Werken. Und, wer hätte es gedacht, Uran. So, wir haben frische Flugzeugparkplätze. Parkplätze. Richtig schön zum Docken. Und, äh, braucht man dann Parkschein? Ähm, musst du den Parkplatzwächter fragen. So. Das rein. So, dann befinden. Warum hab ich ihn, Lucky? Na komm. Hm, der Thron sieht jetzt ja komisch aus. Na ja, obwohl. Na ja, obwohl. Ja, komm. Gut, jetzt muss ich ja noch die anderen Triebwerge da anspanschen. Aber ich glaube, das zieht ihn da besser aus wie vorher. Kann denn das jetzt sein? Und das sind sogar noch zwei Plätzchen frei, eins auf jeden Fall. Moment mal. Jetzt pass mal auf. Platz habe ich genug da unten. Sechs kleine Triebwerge brauchen genauso viel, ne, brauchen mehr Energie als ein großes. Haben aber weniger Schubleistung. Das heißt, dann baue ich keine sechs kleinen, sondern ein großes unten hin. Hm. Macht Sinn. Gut, mit zwei Batterien kann man sowas vergessen, aber da hätte ich auch die zusätzlichen Triebwerge nicht gebaut. Und es sieht besser aus. Obwohl, darüber kann man sich streiten dann. Hm. Wenn es fertig geht. Kann ich das machen noch hier, oder bricht mir das Ding dann auseinander? Wenn, dann will ich das schon so weit wie möglich nach oben tun. So, dann nehme ich ein großes Triebwerk. Oh, das ist wirklich groß. Glaube, dann muss ich die Stützen im Feld weiter nach unten setzen. Sonst setzt mir das Ding auf. Ein paar Motoren. Hast du nicht mal was gesagt, von denen wir hätten so wenig Motoren? Ich habe 10.000 Stück in Auftrag gegeben. Also hatte. Du musst aber auch immer so untertreiben, ne? Ja, dann kannst du ja ausrechnen, wieviel wir davon schon wieder verbracht haben. So. Wir haben 2400. So. Warte. Guck mal. Guck mal, wenn wir. N, T... Warte, guck mal, N, T... Landestätzen können jetzt rein gebaut werden. Das heißt... Hier ist vorne also so rum. Och Mann. Würdest du bitte mal deine Drehung beibehalten? Aber habe ich Autodrehen noch ausgeschaltet und trotzdem... So. Noch ein Feld weiter runter. Große Triebwerk ist größer als ich in Erinnerung habe. Ich kann aber weiter das Schweißgerät nicht weiter nach unten setzen. Macht nichts. Ist halt so fertig. Weil es ist halt so. Das ist jetzt... Weder noch. Es kann sich nicht entscheiden. So. So, dann brauche ich noch die Seitentriebwerke wieder. Moment mal, die habe ich doch gar nicht abgerissen, wieso fehlen mir die? So, dann haben wir da auch ein anständiges Licht. Das ist mir wohl vorhin passiert, wo ich mit dem Thron auf die Fresse gefallen bin. Na gut. Es gibt Schlimmeres. Aber... So, dann... 2 in die Richtung. 2 in die Richtung. 2 in die Richtung. 1 in die Richtung. Nein, das ist auch nicht. Oh. Vielen Dank. Dann habe ich unsere 5 Andockstellen mal benannt. Auf 1 ist Engel, auf 4 ist Bison, auf 5 ist Gabriel. Was meinst du? Dann habe ich unsere Andockstellen mal benannt. Auf 1 ist der dabei Gabriel. Nein, auf 1 ist Engel, auf 4 ist Gabriel, auf 5 ist Bison, auf 5 ist Gabriel. So. Vielleicht sollte ich da hier auch noch einen Namen geben. Eine Nummer meine ich. Ich bin jetzt erschrocken. Ich drehe mich um, stehst du hinter mir. Ich habe gerade keine Waffe in der Hand. Damit ist Throne Variante Nummer 2 fertig. Der Throne ist auf Nummer 7. Ey cool. Das schaut ja klasse aus. Aber weißt du so. Eigentlich müsste Throne ja auf Nummer 1 sein. Du kannst ja den Engel stürzen. Aber Engel schlägt Throne. Naja. Da brauche ich 2 große Stahlrollen. Jetzt hätte ich doch fast diese 2 Triebwerke vergessen zu bauen. Da hätte ich mich gleich gewundert. Da habe er. Große Stahlrollen. Das ist die Lösung. Jetzt ist er. Jetzt hätten wir doch einen Scheinwerfer abhanden bekommen. Den würde ich gerne überfarben. Dann mache ich das jetzt anders. Dann werde ich die Scheinwerfer jetzt an die Seite platzieren. Statt oben und unten. So. Standplatz 8 ist auch genannt. Aber ich denke mal du wirst nicht ahnen wo das ist. Wie bitte? Standplatz 8 ist auch genannt. Aber ich denke der wirst nicht. Nicht so recht ahnen wo das ist. Ähm. Bist du noch im Umbau? Ja. Aber gleich fertig. Ah ok. Irgendwie bist du sehr sehr leise. Also ich habe echt Schwierigkeiten dich zu verstehen. Deswegen muss ich also mal nachfragen. Aber zu Tode erschrecken wir nicht miese. Ja also miesen ist ja auch wieder was anderes. Das ist ja laut. So. Ähm. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach hab ich. Ach hab ich. Da können wir es ja nicht lassen. Äh. Genau. Wo ist die Nummer 8? Achso. Ähm. Und? Ganz unten? Nee. Ich habe es gefunden. Haha. Da hockt der Grashüpfer dran. So. Ähm. Scheinwerber. Genau. So. Jetzt aber schnell. Ich will wieder runter und den Rest bergen. Wie? Mir fehlt eine Innenplatte. Was soll das heißen? Äh. Posing. So. Haben wir Besuch bekommen? So. Die Flaschen aufladen. Und dann wieder ab nach unten. Jetzt muss ich ja nicht mehr warten bis die aufgeladen sind. Batterien. So. Jetzt bin ich mal gespannt wie er sich jetzt fliegt. So. Ja. Ja klar. Natürlich sind die Gruppen weg. Schließlich. Ja. Alles geändert. Ja. Die hat er noch. So, ah, dann noch, ah, ah. Keine automatischen Sperren. Ich hasse das. Furcht. 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 kann jetzt 81 Jahre lang in der Luft schweben bleiben, wenn ich will. Cool, oder? Will ich aber nicht. Will gucken, was man noch retten kann. Vielleicht hätte ich mir unten auch einen Scheinwerfer anbringen sollen. Dann wüsste ich, wie weit es noch bis zum Grund ist. Ah, ich bin gut wie unten. Der Kram noch da. Ah, das sieht gut. Ich habe eine Menge zurück. So, da muss man landen. Neun Motoren, die werden uns retten. Ah, hier liegen doch mal 300. Malrohre herammelt und alles. Was ist das? Ja, 791 Gitter. Boah. Ja, klar. Na. Lustig. Kann das sein, dass rumliegende Metallgerüste aggro werden im Laufe der Zeit? Ich habe hier gerade ein Teilgitter aufgehoben und dann wollten die Restlichen mich anspringen. Das sah voll komisch aus. Und mal umkriegen. Uh, mach keinen Scheiß. So, ich habe hier die Triebwerke aus. Das ist vielleicht seltsam. Ah, der ist gebaut. Was sind die Triebwerke an? Eine Stahlrohr. 2.500. Triebwerke sind nicht an vermutlich. Kann Uran, irgendwas haben. Hier wollen wir die Neumpfiken. Dann geben wir mal 20. So, genau, da ist der Große und der App. Wenn ich den Platz ab mache ich den Rest mit Eis voll. Mit dem neuen Triebwerk müsste er eigentlich hochkommen. Wenn der Flugladen ist. Warum sieht noch irgendwo was aus? Ah, hier wäre jetzt dasselbe Problem. Was für ein Problem? Keine Gruppen. Ah, ja. So, was liegt hier? Ach, die leeren Energiezellen. 250 Stück. Sauber. Wertvolle Rohstoffe. So, was haben wir hier? So, jetzt müssen wir trotzdem noch was machen. Oh, da kommt schon dran. Ja, machen wir. Sonst kann das Teil nicht landen. Ah, noch zu nah. Ja. das erledigt ob wir noch was haben so wie es ausgeht haben wir doch einiges wieder gewonnen von dem Kram, den ich verloren glaubte da oben liegt noch was cool, da fliege ich mal hin ist das Schrott oder was ist das da? einmal runter da die Platten und Kommunikationskomponenten 40 Stück ach das war von der Burje die auf dem Kraftwerk lagen ach der ist ja voll, stimmt ja da oben muss ich was ist jetzt mit dem Ding los? oh da liegt noch oh Motoren 49 Stück wer damit ist das nur ein Main Cockpit? ja das ist schon nur gut aber warum lässt du es mich nicht zum Main Cockpit machen? was? was? noch eine Menge Stahlplatten aber wäre es noch lieber gewesen wenn ich noch mehr von den Reaktorkomponenten wiederfinden würde Mensch ein Cockpit Cockpit 2 ein Cockpit 2 gibt es hier nicht vielleicht gibt er noch oh jetzt hebt er aber schon ein bisschen schwerfälliger ab also selbst wenn ich da jetzt noch was finde werde ich da erstmal nicht aufladen aber anders das ist nicht der Main Cockpit aber Anas Teil hat kein Main Cockpit verflixt nochmal Was hast du für Schwierigkeiten mit dem Schweißgeteil wieder, mit dem 3D-Drucker, oder wie? Da. Ach, das ist die eine heranlose. Na, ich kann mein Schiff nicht bewegen, weil er meint, dass es nicht das Hauptcockpit ist, aber ich darf das Cockpit nicht umstellen. Ähm, welches Schiff, was musst du zu fliegen? Die Bison. Nein, hier vorne, meins. Mein großes Schiff. Ich muss eh zurückrücken und abladen. Mein Freiter. Ich bin schon in der Einpakke gekommen, ich muss nicht mehr weg. Was, sobald es kontinuierlich alle aufnehmen, ein wenigstens. Okay, sonst ist da nichts mehr. Werbungsmission abgeschlossen. Wie, ich brauche eine große Ruhe da drin. Vor allem jetzt, wo ich so schwer bin. Hab ich alles? Ja, ich hab alles. Gut, neues Cockpit. Weiter Cockpit. Das ist kein Main Cockpit. Da lässt es mich aber auch nicht als Main Cockpit einstellen. Was kann denn das sein? Irgendwo erkenne ich diesen Bug. Ich mein, wenn ich das Ding nicht steuern kann, dann kann ich es auch nicht wegfliegen. Dann hängt es da in der Luft drin. Wenn ich da bin, versuche ich mal mein Glück. Und das Dumme ist, ich hab's schon ein bisschen bewegt. Und das ging. Soll es nach oben, nicht zur Seite. Da noch alles dran ist, wenn ich rauskomme. Wenn ich rauskomme. Hilft nix. Ja, du musst dein Glück versuchen. Weil ich bin am Ende dessen, was ich tun kann. Ich darf nicht vergessen, der Reaktor ist da oben. Da schreiß drauf, liegt mir das Ding um die Ohren. So, ich bin oben. Juhu, ich hab's geschafft. Ist da. Ojojui. Ich seh schon, ich muss mich erstmal so abstellen. Du bist schon wieder am falschen Parkplatz in dem Sinn. Ich dachte die 7 ist meiner. Nein, die zwei! Wo ist die zwei? Über dem Gebäude, auf der anderen Seite. Ah! Ups. Äh, hm. Hat's mir jetzt die Triebwerke noch weggehauen? Nee, ist noch alles dran. Dürfte aber schwer wieder aufzustellen werden. Gyrus und nach vorne? Nein, Rom. Warte mal, drück ich mal aus Versehen, Tabulator, ich will doch gar nicht aussteigen. Wow, ja, was ist das geschafft? Ja, ich hab da schon Übung drin, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich darf nur nicht immer die falschen Tasten drücken, allzu oft. Auf der anderen Seite vom Gebäude? Mhm. Und dort die zwei, das ist genau deine Höhe. Das hier ist ein reines, äh, zum Basteln. Ja. Ich sehe. So, alles klar. So. Äh. Ne, die andere, die zwei, nicht die drei. Äh, ja, ja, ich bin falsch rum, ich hab's gesehen. Äh. Moment, da stimmt was. Ah, Perspektive. Nicht. Zack. Perfekt. Ja, wunderbar. So, dann kann ich erstmal abladen. Muss eh noch einmal runter, ich muss nämlich noch den Rest abreißen. Ja, aber vergiss nicht, dass du noch bei mir vorbeischauen musst. Oh, stimmt genau. Aber jetzt erstmal abladen. Ähm, 01. 1. Die würde mich jetzt ja schon mal brennen interessieren. 3, 2, 4. Mitte, 8. Ja. Selbst im Leerlauf brennt er durch, super. So. Uah, das Schweißgerät. Ja, das ist ja auch so. Ähm. Und das Problem ist dein Schiff, wo du gebaut hast. Ja, äh, er akzeptiert das neue, äh, das Cockpit nicht. Er glaubt anscheinend immer noch, dass andere sei dran. Mhm, sagt er mir auch. Vielleicht kannst du es umstellen. Hast du, äh, auch eine Fernsteuerung? Ne, kann man ja glaub ich noch gar nicht, ne? Ja, aber weil es, äh, nach Bauplan gebaut ist. Hat es einer, aber das hat auch nichts gebracht soweit. Probier du mal. Ja. Ich hab nämlich diesbezüglich schon mal von einem Bug gehört, dass man das Problem hat, wenn eine Fernsteuerung verbaut ist. Ah, sehr gut, dann machen wir sie weg. Wenn ich sie denn finde. Ich steig nochmal aus. Ähm, das ist ein Bug, der relativ häufig vorkommt. Und wo du das nämlich gesagt hast, mit dem Hauptcockpit, hat es beim Beispiel geklingelt. Ich wusste nur nicht, ob du deine Fernsteuerung dran hattest. Ja, ich hab alle Sachen mit Fernsteuerung gebaut damals. Mhm. Ich glaub im Singleplayer tritt das nicht so häufig auf, aber da wir hier zu zweit spielen, also mir persönlich ist es noch nicht untergekommen. Allerdings muss sie auch... Das müsste, wenn ich es richtig liege, hier hinter sein. Quasi, aber da haben wir noch was anderes. Bei dir fliegen die Blöcke. So, jetzt ist das Ding weg. Aber es ist immer noch die Frage, fahrt der Cockpit. Jetzt kann es sein, dass du eventuell nochmal das Cockpit neu bauen musst. Ah, machen wir sie. Nummero drei. Und wieder war ich zu voll, hatte zu viel Zeugs dabei. Wo ist was rumgegangen? Ich kann es ja aufheben. Ja? Ah ja, da liegt es ja noch. Habs. Ups. Ey. So, hab ich halt. Hab es erwischt. Ja, ich hab alles draufgehoben. Das ist nicht der Hauptcockpit. Immer noch. Oh, jetzt wird es langsam haare. Und immer noch kein Zugriff. Ist... Aber es ist schon abgenabelt, oder? Ja, schon lange. Okay, daran kann es jetzt auch nicht liegen. Warte mal, ich muss noch mal. Ich meine, das Dumme ist... Was? Sagt er mir auch. Ah, das ist jetzt blöd. Dass er in der Luft hängt und nur von den, äh... Warte mal, hier steht Hauptchips Cockpit... Cockpit 2. Ja, und Cockpit 2 ist das... Gibt es nicht. Ist das von... 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 Von unserem... Ah! Jetzt bin ich erschrocken. Was? Nix. Ich hab mich nur Gott sei Dank nur getäuscht. Ist das das hier? Das ist Cockpit 2, ja. Oder ist das das Cockpit 2? Hm. Das ist jetzt blöder. Und wenn ich jetzt die Triebwerke irgendwie ausschalten würde... Ich schalte die mal an. Hm. Wie kriegt man die Kuh vom Eis? Hm. Das ist bescheuert. Ich versuch mal was ganz Radikales. Ich mach das... Äh... Das Cockpit 2 hier mal weg. Halt. Erst ablegen. Warte mal, ich kann's auch abreißen. Ich hab leer. Ja. 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 Ich mein, das ist ja schnell wieder dran. Da hab ich nicht... Hab ich nix besonderes irgendwie... So. Ähm. Vielleicht wär's auch besser auf das Ding zu verzichten und irgendwie eine andere Steuerungsmöglichkeit zu bauen. Dann könnte ja passieren, dass es noch öfter ein Problem gibt damit. Na, na. Ne. Ja. Also lässt's immer noch nicht zu. Ja, aber jetzt vielleicht das Cockpit nochmal weg. Also. Hast du noch zum Setzen oder soll ich's setzen? Das war ein Jäger-Cockpit, ne? In deiner Übersetzung, ne? Ja. 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 Warte mal, jetzt hast du das Cockpit gesetzt und du bist der Besitzer, ne? Ja. Geh nochmal raus. Pass mal auf, jetzt machen wir's nochmal weg und jetzt setz ich das Teil mal. Äh. Wo hab ich's jetzt hinten? Hier auf der 5. Ah. Ich seh nicht, wie rum das richtig rum ist. Jetzt. Ja, nicht ganz, wo rum der nicht dran ist. Das ist nicht das Hauptcock. Ja. Und er sagt immer noch Hauptschiffs Cockpit 2. Irgendwie hat sich das ganze Schiff das scheinbar gemerkt. Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, hier bist du in der Tat schneller, wenn du das ganze Ding nochmal baust. Ja, das heißt aber, dass ich's vor allem nochmal zerlegen muss. Das macht nix, wir haben hier doch auf dem Dach vor am Gebäude so ne Schredderanlage. Ja. Ich krieg's doch da nicht hin. Wir kriegen's ja nicht hin. Ja, ja klar. Aber gut, das zerlegen geht ja schnell. Ja, vielleicht geht das. Das zerlegen geht ja schnell. Das ist mit dem Gabriel dann. Äh, Bison. Mit dem Bison schnell. Was, was hattest du grad mit dem Bison gesagt? Ich versuch's schnell mit dem Bison zu holen, vielleicht geht das. Ach so. Und dann pass mal auf. Ähm, das wollte ich ja eh machen. Ich werd dann einfach hergehen und an meinem Thron statt dem Schweißgeld die Flex wieder dransetzen. Und dann geht das relativ schnell. Und vor allem hab ich da ja auch gleiche Kapazität. Uh, beinahe hat's den Bison gekostet. Daher brauchst du den Bison wahrscheinlich nicht mal. Ach so, du wolltest mit dem Bison den hochheben und dann da reinschätzen. Ja. Geht natürlich auch, klar. Dann pass mal auf, dann schalte ich die Flex mal an von dem Teil. Das wollte ich schon immer mal in Aktion sehen. Ja, ich weiß, ich bin ein Sadist. Gehört der Sensor eigentlich uns? Ja, gehört uns. Eigentlich müssten die sogar automatisch angehen, wenn da was ankommt durch den Sensor. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich muss jetzt erstmal meine Flaschen hochladen. Ich weiß zufällig, wie schwer das Ding ist. Und bin einmal mehr wahnsinnig erstaunt, was der Bison alles schafft. Der ist echt gut. Der Bison ist eine super Konstruktion, ehrlich. Also jeder, der irgendwie einen Lastesel braucht, der ein bisschen was leisten kann, der sollte sich den Bison krallen. Echt. Der ist wirklich genial. Und hat auch gute Flugeigenschaften. Jetzt kämpfe ich gegen die Triebwerke von dem anderen Schiff hin an. Ach, weil du den nicht ausschalten kannst, ja klar. Aber warte mal, ich kann die Triebwerke anflexen. Nein, 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 mach's bloß nicht. Die unterstützen den im Augenblick auch noch. Ah ja, weil's, ja, klar. Wie das aussieht, üb. Ja, wie gesagt, theoretisch müssten die Dinger automatisch angehen, sobald du da ankommst. Weil da ein Sensor dran ist. Der reagiert wahrscheinlich nur auf Schiffe oder so. Auf mich hat er jedenfalls nicht reagiert. Zum Glück. Sonst wäre ich jetzt brei. Oder noch schlimmer. Ich hätte ja natürlich auch nur die seitlichen Triebwerke anflexen können. Dann hättest du keinen Gegenschub, aber trotzdem noch die unterstützende Wirkung. Aber es geht ja auch so. So. Ähm. Du fliegst jetzt wahrscheinlich in der Außenansicht, oder? Mhm. Okay, dann brauchst du ja keine Einweise. Theoretisch müssten die jetzt gleich angehen. Ja, das Sensor hat reagiert. Ich seh, dass er grün ist, aber ich weiß nicht, ob die Dinger laufen. Ich glaub nicht. Nee. Ist vielleicht durch die Übernahme... Durch die Übernahme ist vielleicht das Programm verloren gegangen. Ja. Hm. Er macht nix. Ich schalze ein. Ich kann ja hier zugreifen. So. Ähm. Leibmaschine. Nee. Ähm. Und wie heißen die anderen auf Englisch oder verdammt Grinder? Nein. Jetzt. Hast du es fallen lassen? Ja, ne? Ja. Ah, es fällt aber nicht ganz runter, weil die Triebwerke an sind. Aber das kann man ja ändern. Und schon kommt er runter. Hehehehe. Ist das eine... Ist das eine Augenweide? Guck dir das an! Ein kleines Triebwerk ist runtergefallen an der Seite. Ach, schade, dass du weggeflogen bist. Das müsstest du sehen. Das hättest du sehen sollen. Oh, das ist nicht ausgeschaltet. Das spritzen die Teile nach allen Seiten. Die sind aber nicht so geschickt. Hier, guck mal, da liegt ein Triebwerk an der Seite. Das ist richtig rausgeflogen. Ich hab's jetzt extra liegen lassen. Ja, die schlimmste ist jetzt vorbei, aber am Anfang war die Reaktion echt heftig. Ach, an die kleinen Teile, die dazwischen liegen, kommt doch nicht mehr dran. Sehst du das? Da ist dann liegen ein paar Büros dazwischen. Und das Triebwerk da. Und das Teil hops darum. Das fliegt gleich raus. Das fliegt gleich raus. Ich sag's ja. Nun, pass auf, nicht, dass es dir am Kopf fliegt. Ja, jetzt ist es raus. Und tschüss. Ach, ne. Das Ding geht ab, die Sau. Dann ist wieder ein Triebwerk weggeflogen. Ja, ich glaub, bei großen Schiffen wird sich's natürlich anders verhalten. Aber ich glaub, bei großen Schiffen ist es jetzt eigentlich auch nicht gedacht. Ach, komm schon. Da liegt noch was. Was ist das? Das war mal ein Gyroskop. Und da hinten liegt noch ein Teil. Du musst ja erst hinterher sein. Und da liegt noch mehr. Äh, das könnte mal ein Triebwerk gewesen sein. Und das sind zwei Panzerblöcke. Vier sogar. Ja. Noch mehr rausgefallen. Das ist ein schlattes Urteil. Geil. Da ist ja immer noch drin. Ja, das ist alles schwere Panzer. Das ist ein, äh, schwer gepanzerter Angriffsflieger. So, jetzt kannst du ausschalten. Das hat mich fast getroffen, ey. Das ist direkt an mir vorbeigeflogen. Ist rausgeflogen, ausgerechnet in dem Augenblick hab ich nicht geschafft. Das erinnert mich an Wrestling. Da gab's, äh, ich weiß nicht, hast du mal Wrestling geguckt? Selten, äh, schon lange her. Ja, ich auch, nur aber früher ab und zu mal, weil es mein Bruder geguckt hat. Und da gab's immer so einen Turniermodus. Ich muss die ausschalten, weil da an die anderen kommt da nicht mehr dran. Ja, logisch. Äh, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber da ging's darum, dass alle zusammen im Ring waren und dann hat derjenige gewonnen, der als letztes noch im Ring war. Und dann haben sie immer versucht, sich gegenseitig rauszuschmeißen, weißt du? Hm. Daran hat mich das jetzt grad erinnert. Grinder, wo seid ihr? Hier. So. Okay, äh, du, du musst die anderen holen. Ich hab, hab wieder mal alles voll. Mach jetzt bloß die Grinder nicht an, du! Ne, hab ich nicht vor. Ne, hab ich nicht vor. Oh scheiße, das war die Schleifmaschine. Ich wollte eigentlich den Büro haben. Boah, das ist schwer zu zielen da drin. Ne, glaub ich. Ne, doch. Da. Da liegt eine Zeitschaltuhr. Brauchst du eine Zeitschaltuhr? Nö, weg. Okay. So. Das war ein Erlebnis, das Ding in Aktion zu sehen, oder? Schade, dass du den Anfang nicht gesehen hast, da ging's wirklich ab, äh. In dem Ding, das hat gemacht wie ab, äh. Ich hab gedacht, die ganze Anlage fliegt gleich auseinander. So, okay, liegt noch irgendwas drin? Ne, ist leer. Anlage ist erledigt. Hahaha, geiles Teil, äh. Was ist das? Oh, war ein Grafikfehler. Hm. Oh. Das hat gemacht wie ab, äh. So. Okay, jetzt werde ich nochmal nach unten fliegen und die restlichen Sachen abreißen von dem Teil. Und dann ist das Thema Höhle erstmal auch erledigt. Leider, leider, ach, ich hatte so eine schöne Idee, was ich da bauen wollte. Naja. Da hätte ich so, da hätte ich dann so einen Hochsicherheitsbunker draus gemacht. Halt. Halt. Die Klasche wollte ich behalten. Huh. Das ist normal. Im Grunde genommen ist das schon ultra cool auf der einen Seite den automatischen Extruder. Und dann halbautomatischen. Und auf der anderen Seite den Verwerter. So. Also noch. Halt. Ich muss erst das Schweißgerät ersetzen durch Flex. Sonst wird dort nix. Wieso war da noch was drin? Hä? Wo bin ich dämlich? Da war nix mehr drin, sondern doch es war was drin, aber ich hätte das Schweißgerät nicht abreißen dürfen. Jetzt ist nämlich alles, was auch drüber angebaut war, runtergekommen. Ja. Egal. Muss ich die Konstruktion eben überarbeiten. So. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Vorhin habe ich ja mal gesagt, es gibt Tage, da sollte man gar nicht aufstehen, ne? Und dann gibt es ja noch den Spruch, wo heißt, jeden Tag steht ein Dummer auf. Es passt irgendwie alles zusammen. Oder? So, Projekte müsste ja noch alles sein. Bis mal. Ja. Dann machen wir ausnahmsweise auch mal was rein. Okay. Also ich muss jetzt den so umkonstruieren. Kommen die Batterienzellen her. Ich dachte, ich hatte das Teil doch ausgeladen. Wieso liegt das ganze Zeug jetzt da rum? Ich verstehe das. Ich nicht verstehe. Und ich dachte, die wilde 13 wäre schon das Schlimmste, was uns hätte passieren können. Ich muss ja noch die Landeplattform aufräumen. Wir müssen uns dringend mal einen Lehrling besorgen. Ich hasse es immer, die Landeplattform fegen zu müssen. Also, falls von euch jemand zuschaut und Lust hat, bei uns in die Lehre zu gehen. Wir haben echt bequeme Besen. Ergonomisch perfekt geformt. Was will man mehr? Ich bin mir nicht sicher, ob die das so toll finden. Ich zerlegte mal die Batterien hier. Die alten, ausgelutschten. Ich muss erst mal gucken. Ich muss das irgendwie anders bauen. Zuallererst brauche ich jetzt mal wieder das Arbeitsgeld. Oh, jetzt kann ich die ganze Kunde da neu einrichten. Oh, ich brauche Rohre, Elektronik, ausgelutscht. Ah, klar. Sätze. Motoren wahrscheinlich auch. Große Rohre. Wo seid ihr? Hallo? Würdet ihr jetzt bitte mal da? Dankeschön. Ähm, Elektronik. Hast du dein Werkzeug abgelegt? Nee, warum? Weil hier in Stufe 3 Klecks und Schweißgerät im Container liegt. Ah, das kann sein, dass es automatisch produziert wurde. Ich habe aber das Tim da drin. Ach so. Teile. Nee, äh, dieser Container hat kein Tim im Namen. Das ist der Large Cargo Container Salvage Station. Äh, warte mal. Hattest du dort, hast du in einem Laderraum von deinem Jäger da Werkzeug drin? Und eine Waffe liegt da nämlich auch noch. Weil das ist ja der Container, wo der ganze Kram landet, äh, wenn was geschreddert wird. Wir haben jetzt nicht bewusst, ne? So, egal. Hat mich jetzt nur irritiert. So, ähm, Elektronik-Teile suche ich ja eigentlich. Wo sind die denn alle? Ach, da sind sie doch. Was will ich denn? So. Mal. Da gibt mal Fragen und keine Antworten. So lobe ich mir dann. Hey, das Ding ist sogar fertig geworden. Boah. Voll der Hengste. Puh. Ja, einmal durch. Ähm, jetzt fehlt der Kommandosessel. Düros. Aber das war keine gute Idee, das so zu bauen. Aber man, ich muss mir da was anderes überlegen. Sonst ist bei jedem Werkzeugwechsel alles futsch. Äh. Nein, ich muss alles nicht. Ich müsste da irgendwie nicht... Ah, genau so mache ich das. Oh, genau. Schön ist anders, aber es funktioniert. So müsste das eigentlich schon reichen. Hat wegen dem da ein bisschen doof aus, aber egal. So. So. Jetzt zähle ich die Triebwerke an. Kommandositz. Mit den Kommandos jetzt werde ich mir jetzt ein bisschen nach oben bauen. Oh, ein Gyroskop ist nicht verstanden. Das sehe ich vielleicht auch mal besser, wo ich flexe. Oder spresse. So. Cockpit. Ein Sauerstoff. Ah. Achso. Ein anderes. Und ich brauche anderes. Innenplatten. Das ist ja noch schlimmer wie vorher. Ich müsste eher weiter runter. Also nochmal mit damit. weiter runter kann ich nämlich nicht. Hm. Ich weiß nämlich nicht mehr. Beziehungsweise weil mich sonst die eigene Flex erwischt. Hm. Blöd. Dann weiter zurück. Okay. 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 Was soll denn das jetzt? Jetzt kann ich in den Reaktor nichts rein tun. Also die Probleme die ich heute habe, die sind unglaublich. Sehr merkwürdig vor allem. Dann mache ich die Schleifmaschine nochmal weg. Wie länger ist das? Ähm. Wo kriegst du kein Uran rein? In meinen Large Reactor kannst du mal kommen. Moment. Ah. Schon wieder neu gebaut. Ähm. Also du hast jetzt nicht die Fehlermeldung. Völlig anderes Problem. Hier ist der Large Reactor. Das ist nicht das Haupt. Das ist nicht das Haupt-Cockpit. Ich habe es aber gesetzt. Ach vielleicht weil ich jetzt nicht da besitze habe. Aber du kriegst es nicht das Haupt-Cockpit. Du hast jetzt kein Uran hier rein. Und ich denke ich weiß. Ja. Ich kann tatsächlich jetzt auch hier, obwohl ich es gesetzt habe, nicht mehr sagen, dass es ein Main-Cockpit sein soll. Mhm. Wo bist du? Hier. Hier. Das Problem war scheinbar auch hier die Energie läuft mit 100 Prozent und deswegen funktionieren wahrscheinlich die Förder... doch die sind grün. Ja, ich will es ja auch nicht vom Förderband aus machen, sondern direkt hier beim Eingang. Ah, du bist direkt dran. Sehe ich mal. Ähm. Warte mal. Das ist eine Idee. Ich könnte mal. Warte. Alles Raster. Ich versuche mal meinen Griff. Gyrus. Ich versuche mal meinen Griff. Ja. Bei mir geht es auch nicht, komischerweise. Aber es ist auch nicht ausgegraut. Normalerweise, wenn gar keine Verbindung da wäre, würde er immer hier grau erscheinen. Warte mal. Warte mal. Battleborn. Geht immer noch nicht. Ah, ne. Sagen wir mal eine Reloc. Probieren wir mal einen Reloc oder sowas. Oder wir beide, sollen wir nochmal neu starten? Oder? Ja. Warte mal. Warte mal. Hören wir auf für heute. Ich bin nämlich auch schon ein bisschen müde. Warte mal. Cockpit. Main Cockpit. Twitter Cockpit. Main Cockpit. Setz dich mal ins Cockpit. Mhm. Genau. Ah, jetzt krieg ich keine Fehlermeldung mehr. Haupt-Cockpit ist gesetzt. Ja, das ist natürlich nur das Problem, wenn würden wir es jetzt lösen. Warte mal. Krieg ich das vielleicht da rein? Ne, ich krieg generell nichts in den Flieger rein. Ja, wie gesagt, bei mir hat es auch nicht funktioniert. Das heißt, das Problem ist wahrscheinlich ein anderes. Das hat wahrscheinlich jetzt gar nichts mit dem Schiff oder so zu tun. Und das Problem, wenn du es jetzt löst und die Trieb bergaußen und dann fällt es einfach runter, dann ist wahrscheinlich alles hinüber. Ja, ohne dass ich Energie im großen Reaktor habe, passiert gar nichts. Eben. Au. Äh, gut, aber wenn du Feierabend machen willst, dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Das ist kein Problem. Dann lass mich mal alles ablegen. Ja, wäre vielleicht in dem Sinne eine gute Idee. Weil wenn wir dann das nächste Mal das Spiel wieder neu starten, wird es wahrscheinlich wieder funktionieren. Ja, wir hatten ja den ganzen Tag ein bisschen Netzwerkprobleme und so möglicherweise. Und hoffentlich liegt es wirklich nur daran. Ich hoffe das auch. Ich wüsste aber auch nicht, woran es sonst liegen sollte. Ich würde vorher noch nur kurz was... So, ich sollte mal wegrauen. Der ist wirklich nur um Nickel raffinieren. Haben wir so einen Bedarf an Nickel? Naja, weil wir so viele Motoren gemacht haben. Dazwischendurch wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man auch mal andere Sachen tun würde. So. Ich hab mal ein bisschen Silber und Platin mal dazwischen geschoben. So. Schöne Anzeige. So. Hier ist es aber ein bisschen... Scrollt die Anzeige? Oder... Läuchte man da mehr Bildschirme? Weil hier unten ist sie abgeschnitten. So. Aber egal. Ja, die ist scrollt. Also eine von den beiden. Die im großen Display. Die scrollt. Die scrollt. Wenn sie schneller scrollen soll, dann müssen wir den Timer schneller machen. Ah, doch jetzt ja. Naja. Ich hab bisher immer dieses Automatik LCD 2.0 verwendet. Das ist auch nicht schlecht. Das ist das. Gut, aber... Das ist das. Es sind ja zwei Computer. Das eine ist mit LCD 2. Ach so. Alles klar. Ich dachte das wäre jetzt alles von Tim. Ne, Tim hat nur das hier. Hm. So. Gut, ich werde standesgemäß auf meinem Thron übern... Kann ich ja nicht, weil ich noch kein Cockpit wieder gesetzt habe. Aber das mache ich das nächste Mal. Dann leg ich mich im Bison schlafen. So. Da ist schön viel Platz für mich. Ja, das passt. So. Okay. Dann sag ich erstmal... Viel Gesund. Bis bald an alle Zuschauer. Ciao, ciao. Und an dich. So, wir sehen, du bist auch schon raus. Mhm. Mhm. Auch raus. Auch raus. Mhm. Mhm. Mhm.